aber noch beherrschte sie sich, versuchte ihm alles recht zu machen. Sie hatte ihn geheiratet, weil sie nicht ohne Mann sein konnte, weil sie sich umsorgt, beschützt und aufgehoben fühlen musste. Er hatte sie geheiratet, weil er kurz davor gestanden hatte, ins Abseits zu kippen. Kein fester Job, wenig Geld. Und dann war Lucy gekommen und mit ihr die kleine Fahrradwerkstatt, die sie von ihrem verstorbenen Mann geerbt hatte, und er hatte zugegriffen. Er hatte immer einen Blick für Chancen gehabt. Jetzt war er verheiratet. Er hatte ein Dach über dem Kopf. Er hatte Arbeit. Sein Leben funktionierte wieder. Und nun das. Diese Gefühle, diese Besessenheit, die Unfähigkeit, hat an etwas anderes zu denken. An etwas anderes als an sie. Obwohl er das im Grunde vorher gewusst hatte. Und sie war nicht Lucy. Sie war blond. Nicht schlecht gefärbt wie Lucy, die schon hier und da graue Haare bekam, sondern echt blond. Die Haare reichten ihr bis zur Taille hinunter und schimmerten in der Sonne wie ein Tuch aus goldfarbener Seide. Sie hatte blaugrüne Augen. Er mochte auch ihre Hände. Er mochte ihre Beine. Zart. Fast zerbrechlich. Alles an ihr war so. Sie war die vollendete Anmut. Wenn er an sie dachte, brach ihm der Schweiß aus. Wenn er sie sah, konnte er den Blick nicht mehr abwenden. Und das war es wahrscheinlich auch, was Lucy aufgefallen war. Er versuchte, am Hoftor zu stehen, wenn sie die Straße hinunterkam. Er liebte ihre Bewegungen. Es war so viel Kraft in allem, was sie tat. Schönheit. Ein solches Übermaß an Schönheit und Vollkommenheit, dass er es manchmal fast nicht zu glauben wagte. War es Liebe, was er empfand? Es musste Liebe sein. Nicht bloß Gier, Erregung. All das, was dazugehörte, was aber nur deshalb entstehen konnte, weil er sie liebte. Die Liebe war der Anfang. Der Boden, auf dem die Sehnsucht gedieh. Lucy war eine Notlösung gewesen, und zwar eine, die er nicht aufgeben konnte, weil jenseits von Lucy nach wie vor der soziale Absturz drohte. Er war kein attraktiver Mann. Das sah er ohne jede Illusion. Den dicken Bauch verdankte er seiner Vorliebe für Bier und fettes Essen. Er hatte schlaffe, aufgeschwemmte Gesichtszüge. Er war 48 Jahre alt und sah zehn Jahre älter aus. Besonders dann, wenn er abends zu viel getrunken hatte. Und leider schaffte er es nicht, damit aufzuhören. Er fragte sich, ob ihn diese Elfe, diese Fee, dieses wunderbare Wesen trotzdem würde lieben können. Er hatte innere Werte, und vielleicht würde es ihm gelingen, ihr diese zu vermitteln. Denn er hatte längst begriffen, dass er nicht auf sie würde verzichten können. Trotz Lucy und ihrer Eifersucht und trotz des Risikos, das er einging. Er war ein 48-jähriger Fettsack mit einem Körper und einer Seele, die in Flammen standen. Das Problem war, sie, die Fee, das Wesen, nachdem er sich Tag und Nacht verzehrte, war so viel jünger. So sehr viel jünger. Sie war neun. Samstag, 31. Oktober 2009 Es gelang Lisa, den Ort der Veranstaltung ungesehen zu verlassen, als der Sohn des Jubilars zu einer Rede ansetzte. Der Moment konnte günstiger nicht sein. Sie schloss die schwere Tür hinter sich, lehnte sich für einen Moment tief atmend gegen die Wand. Eine junge Angestellte des eleganten Kensington-Holfe, in dem der Geburtstag standesgemäß gefeiert wurde, kam vorbei und verharrte einen Moment. Unschlüssig, ob die an der Wand lehnende Frau vielleicht Hilfe brauchte. Lisa begriff, dass sie unbedingt die Toilette aufsuchen und sich herrichten musste. So wie die gerade geschaut hatte, schien sie ziemlich derangiert auszusehen. Der marmorgefließte Raum empfing sie mit sanftem Licht und einer leisen, beruhigenden Musik, die aus verborgenen Lautsprechern erklang. Sie stützte sich auf eines der luxuriösen Waschbecken und schaute in den hohen Spiegel darüber. Wie so häufig, wenn sie in einen Spiegel blickte, hatte sie den Eindruck, die Frau nicht zu kennen, die sie sah. Sie musste sich jetzt schnell wieder in Form bringen und dann musste sie versuchen, irgendwie diesen Abend zu überstehen. Sie stellte ihre Handtasche vor sich auf die Marmorplatte, nestelte nervös und ungeschickt am Verschluss herum, schaffte es schließlich, Make-up-Tube und Puderdose herauszuangeln. Wenn nur ihre Hände nicht so zitterten. Während sie versuchte, die Puderdose zu öffnen, fing sie plötzlich an zu weinen. Tränen kullerten einfach aus ihren Augen und sie konnte nichts dagegen machen. Fast panisch riss sie ein ganzes Bündel seidenweicher Kosmetiktücher aus dem silbernen Behälter an der Wand und versuchte, die Flut zu stoppen. Und als ob nicht alles schon schlimm genug wäre, vernahm sie nur noch hinter sich ein Geräusch. Sie presste die Kosmetiktücher gegen ihr Gesicht und versuchte, den Anschein zu wecken, als putze sie sich die Nase. Die Schritte hielten plötzlich inne, dann drehte die Fremde sich um und kam auf Lisa zu. Eine Hand legte sich auf ihre leise bebende Schulter. Sie hob den Blick und sah die andere hinter sich im Spiegel. Ein besorgtes Gesicht, fragende Augen. »Kann ich Ihnen helfen?« Die Freundlichkeit, die Sorge, die aus der ruhigen Stimme sprach, waren mehr, als Lisa ertragen konnte. Sie ließ die Tücher sinken. Dann ergab sie sich ihrem Schmerz und versuchte nicht mehr, den Strom ihrer Tränen aufzuhalten. Sonntag, 22. November Es war am späteren Sonntagabend, als Carla die Eigentümlichkeit des Aufzuges und der Aufzug Türen bewusst wahrnahm. Sie hatte zu diesem Zeitpunkt nicht mehr lange zu leben, aber ihre Vorstellungskraft hätte nicht ausgereicht, sich auszumalen, was ihr in dieser Nacht passieren würde. Sie saß in ihrer Wohnung, etwas verwundert, denn sie hatte plötzlich den sicheren Eindruck, dass es schon seit einigen Tagen so ging. Der Fahrstuhl kam bis zu ihr hinauf in den achten Stock gefahren, hielt an, die Türen öffneten sich automatisch, aber dann passierte nichts weiter. Niemand stieg aus, denn dann hätte sie die Schritte im Gang hören müssen. Es stieg aber offensichtlich auch niemand ein, denn dann hätte man zuvor Schritte gehört. Dieses Haus verschluckte kaum Geräusche. Ein Hochhaus aus den Siebzigerjahren, ein ziemlich schmuckloser Kasten mit langen Gängen im Inneren und einer Vielzahl an Wohnungen. Sie überlegte, wann genau sie erstmals den Aufzug hatte ankommen hören, ohne dass jemand ausstieg und wartete, bis er in ein anderes Stockwerk gerufen wurde. Aber in der letzten Zeit hatte es sich gehäuft, ungewöhnlich gehäuft. Vielleicht seit einer Woche? Vielleicht seit vierzehn Tagen? Sie ging zur Wohnungstür, schloss auf, öffnete sie. Sie blickte den langen stillen Gang entlang. Nichts und niemand war zu sehen. Die Aufzugtüren hatten sich wieder geschlossen. Vielleicht irgendein Scherzkeks, irgendein Halbwüchsiger, der hier im Hause wohnte und grundsätzlich auf die Acht drückte, ehe er ausstieg. Was er davon hatte, war Carla allerdings schleierhaft. Aber vieles von dem, was Menschen bewegte, was Menschen taten oder anstrebten, war ihr schleierhaft. Am Ende dachte sie mitunter, befand sie sich doch schon ein ziemlich großes Stück außerhalb der Gesellschaft. Allein, verlassen und seit fünf Jahren in Rente. Sie schloss die Wohnungstür wieder, lehnte sich von innen dagegen. Sie zuckte zusammen, als sie das Geräusch des Aufzugs wieder vernahm. Er fuhr nach unten. Vielleicht sollte ich mir doch eine andere Wohnung suchen, dachte sie. Da sie die Stille plötzlich nicht mehr zu ertragen glaubte, zog sie sich das Telefon heran und tippte hastig die Nummer ihrer Tochter ein, schnell genug, ehe Furcht oder Schüchternheit ihr Vorhaben im Keim ersticken konnten. Sie hatte eigentlich immer ein gutes Verhältnis zu Kira gehabt, aber seitdem diese verheiratet war und nur noch ein Baby hatte, bröckelte der Kontakt immer mehr ab. Carla konnte es manchmal selbst nicht glauben. Die Ehe nach 28 Jahren geschieden. Ihr Mann finanziell vollkommen verschuldet, da er auf zu großem Fuß gelebt und sein Leben über Jahre nur noch auf Schulden aufgebaut hatte. Er hatte sich aus dem Staub gemacht, ehe ihn seine Gläubiger zur Rechenschaft ziehen konnten. Seit Jahren gab es kein Lebenszeichen mehr von ihm. Carla selbst war verstört, häufig am Jammern. Ihre Tochter Kira hatte sich aus dem ganzen Schlamassel, in den die berufliche Pleite ihres Vaters die Familie gestürzt hatte, immerhin in eine gesicherte, bürgerliche Existenz und bis in eine der zahllosen Reihenhaussiedlungen von Bracknell eine knappe Dreiviertelstunde südwestlich vom Londoner Stadtzentrum gelegen gerettet, indem sie nach einem Mathematikstudium eine Ausbildung zur Bankkauffrau gemacht und einen Mann mit sicherer Stelle in der Verwaltung geheiratet hatte. Carla wusste, dass sie sich eigentlich für sie freuen müsste. Kira meldete sich beim zweiten Klingeln. Sie klang gestresst. Im Hintergrund schrie ihr kleiner Sohn. Hallo Kira, ich bin's, Mami. Ich wollte nur mal hören, wie es so geht. Ah, hallo, Mom. Kira wirkte nicht begeistert. Ja, alles okay. Der Kleine schläft nur mal wieder nicht ein. Er schreit wirklich ständig, ich bin ziemlich zermürbt inzwischen. Kira schwieg einen Moment, dann fragte sie pflichtschuldig. Und, ähm, wie geht's dir? Eine Sekunde lang war Carla versucht einfach, die Wahrheit zu sagen, dass es ihr schlecht ging, dass sie sich völlig vereinsamt vorkam. ach, na ja, ich bin eben oft ziemlich allein, seit ich in Rente bin. Sie liest den Rest des Satzes ungesagt. Ach, du müsstest dir irgendeine sinnvolle Freizeitbeschäftigung suchen, ein Hobby, das dich mit Gleichgesinnten zusammenbringt. Carla fühlte sich für einen Moment versucht, ihrer Tochter anzuvertrauen, dass sie es einige Zeit zuvor schon einmal bei einer Selbsthilfegruppe für allein lebende Frauen probiert hatte, dass es ihr aber auch dort nicht gelungen war, dauerhafte Freundschaften zu schließen. Das Haus ist bedrückend, keiner kümmert sich hier um den anderen, und dauernd fährt der Aufzug hier hoch zu mir, und dann steigt niemand aus. Kira schien irritiert. Äh, wie? Carla wünschte, sie hätte das nicht gesagt. Naja, es ist mir einfach aufgefallen. Dass es ziemlich häufig geschieht, meine ich, außer mir wohnt hier oben ja niemand, aber dauernd kommt der Aufzug. Dann schickt ihn irgendjemand nach oben, oder das System ist einfach so ausgelegt, dass er zwischendurch automatisch alle Stockwerke abklappert. Bis vor ein oder zwei Wochen war das aber nicht so. Mom, der Kleine schreit ständig, und ich mache schon Schluss. Es wäre schön, wenn ihr mich mal wieder besuchen würdet, du und der Kleine. Ich schaue mal, ob das klappt, sagte Kira unverbindlich. Dann verabschiedete sie sich rasch und ließ Carla mit dem Gefühl zurück, gestört zu haben. Sie blickte auf ihre Armbanduhr. Es war erst kurz nach zehn. Sie wollte gerade ins Bad gehen, um sich die Zähne zu putzen, als sie den Aufzug wieder vernahm. Er kam nach oben. Sie blieb mitten im Flur stehen, lauschte. Der Aufzug hielt, die Türen öffneten sich. Carla wartete, darauf, dass nichts sein würde, kein Laut, nichts. Aber diesmal hörte sie etwas. Diesmal verließ jemand den Aufzug, da waren Schritte. Carla spürte ein Kribbeln auf der Haut. Jetzt mach dich bloß nicht verrückt. Die Schritte kamen näher. Wie paralysiert stand sie vor ihrer Wohnungstür. Jemand befand sich auf der anderen Seite. Als die Klingel schrillte, löste sich der Bann. Die Klingel war Normalität. Einbrecher klingeln nicht, dachte Carla. Dann öffnete sie. Mittwoch 2. Dezember Jillian ging in die Küche zurück. Das war Darceys Mutter, erklärte sie. Darcey kommt heute nicht in die Schule. Sie hatte eine Halsentzündung. Das Läuten des Telefons hatte Becky nicht aus der Lethargie reißen können, mit der sie über ihrer Müsli-Schüssel hing und missmutig auf Obst und Flocken starrte, die sich dort in der Milch mischten. Gerade eben erst zwölf Jahre alt geworden, dachte Jillian, und schon muffig und lustlos, wie ein Teenager auf dem Höhepunkt der Pubertät. Waren wir nicht früher anders? Ich habe bei der Gelegenheit etwas Interessantes erfahren, sagte Jillian, nämlich, dass sie heute eine Mathearbeit schreibt. Kann sein, nein, das kann nicht sein, das ist so, ihr schreibt heute eine Arbeit und ich hatte keine Ahnung davon. Becky zuckte mit den Schultern. Warum hast du nichts davon erwähnt? Ich habe dich jeden Tag gefragt, ob ihr irgendwann einen Test schreibt. Du hast behauptet, dass nichts ansteht. Weshalb? Becky zuckte erneut mit den Schultern. Ich vermute, du hattest keine Lust zu üben. Becci schaute Jillian böse an. Was mache ich bloß falsch? fragte sich Jillian. Was mache ich falsch, dass sie mich manchmal fast hasserfüllt ansieht? Putz deine Zähne und dann komm, wir müssen los. Auf der Fahrt zur Schule sprach Becky kein einziges Wort sah nur zum Fenster hinaus. Wie konnte man als Frau von 42 Jahren so unsouverän sein? Jillian fragte sich, ob sie alle so waren, so aggressiv, so uneinsichtig, so mitleidslos. Sie hatte einmal mit Tom darüber gesprochen, fast zwei Jahre war das jetzt her. Genauer, sie hatte versucht, mit ihm darüber zu sprechen, über die Frage, ob sie als Mutter etwas falsch machte. Wenn du etwas mehr Kontakt zu den anderen Müttern hättest, hatte er schließlich gesagt, dann wüsstest du es vielleicht. Aber aus irgendeinem Grund weigerst du dich, dir hier ein Netzwerk aufzubauen. Ich weigere mich nicht, ich komme einfach nicht richtig klar mit den anderen Müttern. Ich glaube, du bildest dir das alles nur ein. Du bist eine intelligente Frau. Du bist attraktiv. Du bist beruflich erfolgreich. Du hast einen einigermaßen gut aussehenden Mann, der ebenfalls nicht ganz erfolglos ist in seinem Beruf. Du hast ein hübsches, gescheites und gesundes Kind. Woher rühren bloß deine Komplexe? Hatte sie Komplexe? Es gab keinen Grund, Komplexe zu haben. Zusammen mit Tom hatte sie vor 15 Jahren eine Firma in London aufgebaut, die auf Steuer- und Wirtschaftsberatung spezialisiert war. Sie hatten ungeheuer schuften müssen, um das Unternehmen in Schwung zu bringen, aber die Arbeit hatte sich gelohnt. Inzwischen beschäftigten sie 16 Mitarbeiter. Seit Beckys Geburt arbeitete Jillian nicht mehr täglich im Büro, hatte aber immer noch ihre eigenen Kunden, die sie betreute. Drei oder viermal in der Woche fuhr sie mit dem Zug nach London und erledigte ihren Job. Sie besaß die Freiheit, sich ihre Zeit völlig selbstständig einzuteilen. Sie blickte in den Rückspiegel und sah ihre dunkelblauen Augen und über ihrer Stirn die rotblonden Locken. Ihre wilden langen Haare ließen es nicht zu, dass sie jemals wirklich ordentlich aussah und sie konnte sich nur zu gut erinnern, wie sehr sie als Kind darunter gelitten hatte, unter den Locken, der rötlichen Farbe, den unvermeidlich damit einhergehenden Sommersprossen im Gesicht. Dann war sie an die Universität gekommen und hatte Thomas Ward kennengelernt, ihren ersten Freund, der dann auch der Mann ihres Lebens werden sollte, die große Liebe. Er hatte ihre Haarfarbe bewundert und ihre Sommersprossen einzeln gezählt und plötzlich hatte sie angefangen, sich selbst schön zu finden und das Besondere an ihrem Aussehen zu schätzen. Daran solltest du auch manchmal denken, dachte sie, an all das Gute, das durch Tom in dein Leben gekommen ist. Du bist mit einem wunderbaren Mann verheiratet. Vielleicht sollte sie sich wieder einmal mit Tara Kane treffen. Ihre Freundin arbeitete als Staatseinwältin in London und war laut Tom, der sie nicht besonders mochte, eine radikale Feministin. Auf jeden Fall taten Gillian die Gespräche mit ihr gut. Bei ihrem letzten Treffen hatte Tara ihr auf den Kopf zugesagt, dass sie in einer handfesten Depression steckte. Vielleicht hatte sie recht? Samson hatte lange nach unten gelauscht und erst als er ganz sicher war, dass sich niemand im Treppenhaus aufhielt, huschte er auf Strümpfen hinunter. Er wollte möglichst schnell und ungesehen in seine Schuhe und in seinen Anorak kommen und dann nach draußen entschwinden. Aber als er gerade vorn übergebeugt dastand und sich die Schnürsenkel zuband, ging die Küchentür auf und seine Schwägerin Millie erschien. Hallo Millie. Millie Siegel gehörte zu den Frauen, denen noch, ehe sie überhaupt die vierzig erreicht haben, bereits die zweischneidige Beschreibung »sie ist sicher einmal hübsch gewesen« anhaftete. Sie war blond, hatte eine gute Figur und gleichmäßige Gesichtszüge, aber es hatten sich so tiefe Kerben und Falten in ihre Haut eingegraben, folgen exzessiven Bräunens und zu vieler Zigaretten, dass sie älter aussah, als sie tatsächlich war und außerdem verhärmt und seltsam verbittert wirkte. Letzteres lag weniger an dem ungesunden Lebenswandel als an der Tatsache, dass sie eine zutiefst unzufriedene Frau war. Frustriert. »Dachte ich mir doch, dass ich dich gehört habe. Millie war noch nicht angezogen. Wenn sie erst später arbeiten musste, schlüpfte sie morgens rasch in einen Jogginganzug und machte ihrem Mann das Frühstück, ehe dieser zu seiner Frühschicht aufbrach. Gavin arbeitete als Busfahrer. Oft musste er schon um fünf Uhr aus dem Bett. Sie konnte eine recht angenehme Fürsorglichkeit in den Tag legen, aber Samson war überzeugt, dass sie dabei nicht von echter Warmherzigkeit getrieben wurde. Gavin zahlte für das üppige Frühstück nämlich einen hohen Preis. Er musste sich die ganze Zeit über ihr nörgeln und ihr jammern und ihre Vorwürfe anhören. Bin gleich weg. Samson schlüpfte in seinen Anorak. Hat sich was wegen der Arbeit ergeben? Noch nicht. Du hast diese Woche noch nichts zum Haushaltsgeld dazugegeben. Ich muss schließlich einkaufen. Beim Essen bist du dann weniger zurückhaltend. Samson kramte seinen Geldbeutel aus der Hosentasche, zog einen Schein hervor. Reicht das erst mal? Viel ist es nicht, sagte Millie, nahm aber natürlich das Geld. Da ganz offensichtlich nichts weiter anstand, nickte er ihr kurz zu, dann öffnete er die Haustür und trat hinaus in den kalten Tag. Er hatte einmal ein Gespräch zwischen Millie und seinem Bruder angehört und seitdem wusste er, dass Millie nicht so sehr ersehnte wie seinen Auszug aus dem gemeinsamen Haus. Ich wollte mit dir in einer Ehe leben, in einer ganz normalen Ehe. Was ist das jetzt hier? Eine Art Wohngemeinschaft? Er ist mein Bruder, er ist ja nicht irgendein Untermieter. Wäre er das bloß, dann würden wir wenigstens noch Miete bekommen, aber so? Es ist auch sein Haus, Millie. Wir haben es beide von unseren Eltern geerbt. Er hat dasselbe Recht, hier zu wohnen wie wir. Er schüttelte den Gedanken an jenes bedrückende Gespräch ab und machte sich auf seinen Weg durch die Straßen. Dabei folgte er einem ganz bestimmten System und einem genauen Zeitplan. Er hatte seine Arbeit im Juni verloren. Er hatte als Fahrer eines Heimservice für Tiefkühlkost gearbeitet, aber Tiefkühlgerichte waren teuer, die Wirtschaftskrise verunsicherte die Menschen, die Aufträge waren dramatisch zurückgegangen. Schließlich hatte die Firma die Anzahl ihrer Fahrer reduzieren müssen. Er schritt zügig voran. Das Haus, das er und Gavin von den Eltern geerbt hatten, lag an jenem Ende der Straße, das auf eine viel befahrene Durchgangsstraße mündete, daher lauter war und weniger vornehm. Schmalbrüstige Häuser, handtuchschmale Gärten. Dieselbe Straße bot in der entgegengesetzten Richtung, die zum Third Bay Club hinführte, ein ganz anderes Bild. Größere Häuser, verziert mit Türmchen und Erkern, großzügige Grundstücke mit hohen Bäumen, gepflegte Hecken von schmiedeeisernen Zäunen oder hübschen, niedrigen Steinmauern umgeben. South End on Sea lag 40 Meilen östlich von London und zog sich weitläufig am nördlichen Ufer der Thämse entlang. Samson war hier aufgewachsen. Er konnte sich nicht vorstellen, jemals wo anders zu leben. Kurz bevor er die Thorpe Hall Avenue erreichte, begegnete ihm die junge Frau mit dem großen Mischlingshund. Sie führte das Tier jeden Morgen spazieren. Samson hatte sie mehrfach zu ihrem Haus verfolgt und war und war sich einigermaßen sicher, was ihre Lebensumstände anging. Kein Mann, keine Kinder. Ob sie geschieden oder nie verheiratet gewesen war, vermochte er nicht zu sagen. Sie wohnte in einer recht kleinen Doppelhaushälfte, besaß allerdings einen großen Garten. Sie schien von daheim aus zu arbeiten, denn außer zum Einkaufen und zum Hundespaziergang verließ ihr Haus tagsüber nicht. Sie erhielt allerdings häufig Lieferungen von Kurierdiensten. Samson schloss daraus, dass sie für eine Firma arbeitete, deren Aufträge sie daheim ausführen konnte. Er hatte jetzt die Häuserei erreicht, die sich gegenüber einer hübschen, im Sommer dicht belaubten Grünanlage befand. Eines der Häuser gehörte der Familie Ward. Samson wusste über diese Leute mehr als über alle anderen, weil Gavin die Hilfe von Thomas Ward in Anspruch genommen hatte, als es damals nach dem Tod der Eltern Probleme wegen der Nachlasssteuer gab. Ward und seine Frau arbeiteten als Wirtschafts- und Finanzberater in London und Ward hatte den verzweifelten Gavin seinerzeit zu äußerst kulanten Bedingungen beraten, weshalb dieser bis heute nichts auf ihn kommen ließ. Samson wusste, dass Jillian Ward nicht täglich in die Londoner Firma fuhr. Es war ihm nicht gelungen, eine echte Regelmäßigkeit in ihren Arbeitszeiten zu entdecken. Wahrscheinlich gab es keine. Aber natürlich hatte sie ja auch auch noch die zwölfjährige Tochter, um die sie sich kümmern musste. Er stutzte, als er plötzlich Jillians Wagen sah, der die Straße hinunter kam, in die Garageneinfahrt bog und dort stehen blieb. Er wusste, dass sie und die Mutter einer Klassenkameradin einander wochenweise abwechselnd die Kinder zur Schule fuhren. Aber in dieser Woche war die andere dran. Da war er völlig sicher. Er beobachtete, wie sie im Haus verschwand. Da die hübsche, rot lackierte Haustür der Wards ein rautenförmiges Fenster in der Mitte aufwies, konnte man von der Straße aus durch den Flur hindurch bis in die gegenüberliegende Küche blicken. Einmal hatte er durch dieses praktische Fenster beobachtet, wie sich Jillian morgens erneut an den Frühstückstisch gesetzt hatte, nachdem ihre Familie schon verschwunden war, wie sie sich noch eine Tasse Kaffee eingeschenkt und diese dann in langsamen kleinen Schlucken leer getrunken hatte. Neben ihr hatte die Zeitung gelegen, aber sie hatte nicht hineingeschaut. Sie hatte nur an die gegenüberliegende Wand gestarrt. Damals hatte er zum ersten Mal gedacht, sie ist nicht glücklich. Dieser Gedanke hatte ihn geradezu schmerzhaft getroffen, denn die Wards waren ihm lieb geworden. Sie passten absolut nicht in das Muster der Menschen, die ihr bevorzugt beschattete, nämlich alleinstehende Frauen, und er hatte sich schon recht beunruhigt gefragt, weshalb er sich trotzdem an ihnen fest gebissen hatte. An einem Sommerabend war ihm plötzlich die Erleuchtung gekommen. Sie waren perfekt. Das zog ihn so magisch an. Die absolut perfekte Familie. Er ging eilig weiter. Er konnte es sich nicht leisten, allzu lange an einer Stelle zu verharren, jedenfalls nicht mitten auf der Straße. Zu gern würde er herausfinden, worin Jillians Kummer bestand. Nichts, bitte nichts, was mit ihrer Ehe, mit ihrer Familie zu tun hatte. Er lief die Thorpe Hall Avenue hinunter, überquerte die Thorpe Esplanade, wo der hektische, frühmorgendliche Verkehr nur langsam abflaute und war nun am Strand. Er fühlte sich so erschöpft wie andere nach einem langen und harten Arbeitstag und er wusste, woran das lag, daran, dass er Jillian gesehen hatte. Er beobachtete so viele Menschen, prägte sich ihre Tagesabläufe ein, ihre Gewohnheiten, versuchte ihre genauen Lebensumstände zu ergründen. Er hätte niemandem erklären können, was ihn so sehr daran faszinierte, aber es war wie ein Sog, in den man geriet. Ein Leben neben dem eigentlichen Dasein. Schicksale, in die man sich hineinträumen konnte, Rollen, in die man schlüpfte. Manchmal war er der erfolgreiche Thomas Ward mit dem schönen Haus und dem teuren Auto. Manchmal war er ein cooler Typ, der weder stotterte noch rot wurde und der die hübsche Frau mit dem Hund zu einem Date bat, natürlich ohne sich einen Korb einzuhandeln. Aber allmählich veränderte sich etwas und das beunruhigte ihn. Natürlich blieb er bei seinen klar abgezirkelten Beobachtungsrundgängen. Er hatte sogar in seinem Computer eine Datei über seine Objekte angelegt und er vergaß an keinem Abend pflichtschuldig alles zu notieren, was er gesehen und erlebt hatte. Aber er tat es nicht mehr mit derselben Hingabe wie früher. Und er begriff auch, warum das so war. Es lag an den Wards, besonders an Jillian Ward. Die Wards wurden immer wichtiger für ihn. Sie wurden zu seiner Familie. Sie waren ständig in seinen Tag träumen. Es gab nichts, was er nicht nicht mit ihnen zusammen erleben wollte. Der Wind, der von Nordosten blies, war wirklich kalt. Er verließ den Strand und als er oben auf der Uferpromenade an einem Kiosk vorbeikam, blieb er stehen. Leider hatte er praktisch sein ganzes Geld vorhin der raffgierigen Millie in die Hand drücken müssen, aber nach längerem Kramen in sämtlichen Taschen seiner Kleidung brachte er doch zwei Pfund zusammen. Das reichte für einen heißen Kaffee. Er trank ihn im Stehen im Windschutz der Bretterbude. Direkt vor seiner Nase befand sich der Ständer mit den Tageszeitungen. Er las die Schlagzeilen, blieb an der besonders reißerisch aufgemachten Titelseite der Daily Mail hängen. Grausamer Mord in London. Er verrenkte sich, um ein Stück von dem darunter stehenden Text zu errschen. Eine ältere Frau war in einem Hochhaus in Hackney ermordet worden. Die Tat zeichnete sich durch extreme Brutalität aus. Die Frau hatte geschätzte zehn Tage in der Wohnung gelegen, ehe sie von ihrer Tochter gefunden wurde. Es gab keinerlei Hinweise auf das mögliche Motiv des Täters. Er trank seinen Kaffee aus. Das Wechselgeld reichte noch für eine Daily Mail. Er kaufte die Zeitung und zog nachdenklich weiter. Detective Inspector Peter Fielder von der Metropolitan Police London, Bekannter unter dem Begriff Scotland Yard, war nicht sicher gewesen, ob sie überhaupt vernehmungsfähig war, aber er wusste, dass die Zeit drängte. Carla Roberts hatte vermutlich bereits seit über einer Woche tot in ihrer Wohnung gelegen, ehe sie nun von ihrer Tochter am Tag zuvor entdeckt worden war, und dieser Umstand hatte ihrem Mörder bereits jede Menge Vorsprung verschafft. Es galt rasch zu handeln, aber zunächst war aus dieser wie Espenlaub zitternden jungen Frau absolut nichts herauszuholen gewesen. Ein Streifenwagen hatte sie am Abend ins Krankenhaus gefahren, wo sie übernachtet und etliche Medikamente bekommen hatte. An diesem Morgen nun hatte man sie in ihr Haus in Bracknell zurückgebracht. Die Beamten, die sie begleiteten, hatten Fielder über sein Handy verständigt, dass es Kira Jones besser zu gehen schien. Daher saß er nun in dem hübsch eingerichteten warmen Wohnzimmer und trank ein Mineralwasser und ihm gegenüber saß Kira, Kreideweiß im Gesicht aber deutlich gefasster als am Vortag. Mrs. Jones, ich weiß, es ist nicht leicht für Sie, jetzt mit mir zu sprechen, es tut mir wirklich leid, sie bedrängen zu müssen, aber wir haben leider keine Zeit mehr zu verlieren. Nach der ersten Schätzung des Rechtsmediziners könnte ihre Mutter bereits seit etwa zehn Tagen tot sein, das heißt, sie ist unglücklicherweise recht spät gefunden worden. Kira schloss kurz die Augen und nickte. Ich hätte sie wenigstens öfter anrufen müssen. Wann haben sie sie denn zuletzt angerufen? Kira überlegte einen Moment. Es war, ja, es war am vorletzten Sonntag, ist also über eine Woche her. Da rief sie relativ spät abends an gegen zehn Uhr. Danach haben sie nicht mehr mit ihr gesprochen. Nein. Heute haben wir den zweiten Dezember. Vieles spricht dafür, dass sie ziemlich bald nach dem Gespräch mit ihnen überfallen wurde. Ermordet wurde. Ja, ermordet wurde. Ihre Mutter war geschieden? Ja, seit zehn Jahren. Haben sie Kontakt zu ihrem Vater? Hatte ihre Mutter Kontakt zu ihm? Nein. Wir wissen nicht mal, wo er sich aufhält. Er hatte eine Firma, die mit Baustoffen handelte. Wir haben immer gut gelebt und dachten, es war alles in Ordnung. Aber dann stellte sich heraus, dass er völlig verschuldet war. Alles braucht zusammen und er setzte sich schließlich wohl ins Ausland ab, auf der Flucht vor seinen Gläubigern. Zuvor wurden ihre Eltern aber noch geschieden. Ja, als die Pleite offensichtlich wurde, flog auch das Verhältnis meines Vaters mit einer jüngeren Mitarbeiterin auf. Meine Mutter reichte sofort die Scheidung ein. Dass ihr Vater sich im Ausland aufhält, wissen sie aber nicht sicher. Nein, wir haben das nur vermutet. Aber sie wissen, dass er seit Jahren keinen Kontakt mehr zu ihrer Mutter hatte. Ja, das hätte sie mir sonst sofort erzählt. Fielder machte sich eine Notiz. Wir werden versuchen, ihren Vater ausfindig zu machen. Kennen sie Namen und Adresse seiner damaligen Geliebten? Nein, mit Vornamen heißt sie, glaube ich, Clarissa. Ich wohnte damals nicht mehr bei meinen Eltern, sondern studierte in Swansea. Ich habe nicht allzu viele Details mitbekommen. Ich meine, meine Mutter rief mich damals oft an. Sie war verzweifelt, weil ihr ihr Leben zusammenbrach. es ging ihr sehr schlecht, aber ich habe sie häufig abgewimmelt. Ich wollte irgendwie nichts mit all dem zu tun. Ich hätte mir für meine Mutter da sein müssen. Damals und auch jetzt, dass sie tagelang mordet in ihrer Wohnung liegt. Keiner merkt das. Das hätte nicht passieren dürfen. Wissen Sie, meine Mutter war nicht gerade ein Mensch, der gute Laune um sich verbreitete. Sie jammerte furchtbar viel. Wegen der Scheidung, der Pleite, wegen allem. sie konnte dadurch sehr anstrengend sein. Meiner Ansicht nach tat sie sich deshalb auch so schwer, Freunde zu finden. Die meisten Leute ertrugen sie nach einer Weile einfach nicht mehr. Fielder betrachtete sie mitfühlend. Er hatte die tote Carla Roberts gesehen. An Händen und Füßen mit Paket Klebeband gefesselt, hatte sie in ihrem Wohnzimmer gelegen. Der Täter hatte ihr ein zusammengeknäueltes Stück Stoff in den Rachen gestoßen, ein kariertes Küchentuch, wie sich herausstellte. Die erste Untersuchung hatte ergeben, dass sich Carla Roberts daraufhin offenbar hatte erbrechen müssen und mit aller Kraft versucht hatte, das Tuch aus ihrem Mund zu wirken. Fielder hoffte, dass Kira ihn nie nach diesen Details fragen würde. »Mrs. Jones, Sie sagten gestern bereits, dass Sie, nachdem auf ihr wiederholtes Klingeln niemand öffnete, mit dem Zweitschlüssel selbst die Wohnung ihrer Mutter aufgespart haben. Wie sind Sie zuvor ins Haus reingekommen? Haben Sie für die Eingangstür auch einen Schlüssel? Ja, aber unten war sowieso offen. Ich klingelte, wartete aber gar nicht ab, sondern stieg gleich in den Aufzug. Oben klingelte ich dann wieder und wieder schließlich schloss ich auf. Besitzt außer Ihnen noch jemand einen Schlüssel zu der Wohnung? Nicht, dass ich wüsste. Wie es aussieht, hat Ihre Mutter den Täter selbst in die Wohnung gelassen. Natürlich ist es zu früh, endgültige Schlüsse zu ziehen, aber es könnte sein, dass Ihre Mutter den Täter kannte. Kira sah ihn entsetzt an. Wissen Sie etwas über den Bekanntenkreis Ihrer Mutter? Sie hatte eigentlich keinen. Es war ja genau das Problem. Sie lebte völlig isoliert. Viel er nickte. Seit wann arbeitete ihre Mutter nicht mehr? Seit fast fünf Jahren. Sie hatte nach der Scheidung Arbeit in einer Drogerie gefunden, aber das machte ihr wenig Spaß. Schließlich ist sie mit 60 Jahren in Rente gegangen. Gab es in dieser Drogerie jemals Ärger mit Mitarbeitern? Nein. Nein. kam mit allen zurecht und die anderen auch mit ihr. Aber der Kontakt brach nach ihrem Fortgang ab. Und sonst gab es nicht irgendein Hobby, das sie vielleicht gelegentlich mit anderen Menschen zusammengebracht hätte. Nein, war nichts. Und im Haus stand ihr da jemand näher? Auch nicht. jeder dort scheint ziemlich anonym und allein vor sich hin zu leben. Andererseits hat sie auch niemals jemandem etwas getan. Sie war ein guter Mensch, ein freundlicher Mensch. Ich verstehe einfach nicht, weshalb ihr jemand so viel Hass entgegen gebracht hat. Ich begreife es nicht. Fielder dachte an die Brutalität, mit der Carla umgebracht worden war. Möglicherweise hatte der Täter kein Problem speziell mit Carla, der freundlichen, etwas wehleidigen und verhuschten Rentnerin gehabt. Vielleicht hatte er ein generelles Problem mit Frauen, ein Sadist, ein Psychopath, ein tief gestörter Typ. Gibt es sonst noch etwas, das ich wissen müsste? Kira überlegte. Ich glaube nicht. Oder doch. Ich weiß nicht, ob es wichtig ist, aber an dem Abend, an dem ich zuletzt mit meiner Mutter telefonierte, erwähnte sie etwas Eigentümliches. Sie sagte, der Fahrstuhl käme so oft nach oben zu ihr, aber nie würde jemand aussteigen. Da war sie sicher, dass niemand ausstieg. Ja, offenbar, sie hatte das wohl sonst gehört. Und da außer ihr sowieso niemand dort oben wohnte, kam mir das mit dem Aufzug seltsam vor. Seit wann hatte sie diese Besonderheit registriert? Hat sie dazu etwas gesagt? Sie sprach von ein oder zwei Wochen und dass es davor eben nicht so gewesen war. Aber sie ließ das Thema dann fallen. Sie merkte, dass ich das Gespräch beenden wollte. Viel der verspürte Mitleid mit der jungen Frau. Die Mutter zu verlieren war schlimm und einschneidend. Sie durch ein brutales Verbrechen zu verlieren war geradezu unfassbar. Dann aber auch noch zeitlebens die Gewissheit in sich tragen zu müssen allzu nachlässig. Genervt und abweisend mit ihr umgegangen zu sein würde sich für Kira Jones da war er sicher als fast unerträglich erweisen. Mrs. Jones hatten Sie den Eindruck dass sich Ihre Mutter bedroht fühlte? Kiras Augen füllten sich erneut mit Tränen. Ja. Ja. Ich glaube sie hatte Angst und ich habe mich keine Sekunde lang darum gekümmert. Sie ließ den Kopf auf die Knie sinken und begann zu schreien. Das ist Mutter Bug Muffins. Warum backen heutzutage alle Mütter immer zu Muffins? fragte sich Jillian und spürte wie sie bei diesem Gedanken erste leise nagende Kopfschmerzen bekam. Wer sollte all die Muffins, die täglich von Millionen Müttern gebacken wurden, eigentlich essen? Diana, Darceys Mutter, löffelte den Teig aus der großen Keramik Rührschüssel in ihre Förmchen. Sie war eine attraktive Frau, blond und schlank. Sie spielte sehr gut Tennis und Golf. Sie konnte fantastisch kochen. Sie verstand sein Haus gemütlich einzurichten. Ihre Töchter liebten sie. Im Augenblick allerdings hatte sie ein Thema am Wickel, das sich mit der gemütlichen vorweihnachtlichen Atmosphäre in ihrer Küche nicht recht vertrug. Den Mord, der an einer alleinstehenden alten Frau in London verübt worden war. Die Mädchen hatten sich in Darceys Zimmer verzogen und Gillian war zum Tee eingeladen worden. Diana hatte alle Förmchen gefüllt, schob sie in den Backofen, schaltete die richtige Temperatur ein, setzte sich dann an den Tisch und nahm sich ebenfalls einen Tee. Sie soll eine erwachsene Tochter haben, die hat sie gefunden. Wie entsetzlich, sagte Gillian. Naja, aber zuvor hat diese Tochter nicht einmal bemerkt, dass ihre Mutter seit zehn Tagen nichts mehr von sich hören ließ. Schon seltsam. Das könnte mir mit meinen Töchtern nicht passieren. Gillian dachte an das provozierende Verhalten, dass Becky ihr gegenüber an den Tag legte. Würde sie dies von ihrer Tochter auch im Brustton der Überzeugung sagen? Das könnte mir nicht passieren? Und wie wurde sie umgebracht? Darüber ward die Polizei Stillschweigen, Täterwissen und so, weißt du? Sie soll aber auf eine extrem brutale Art getötet worden sein. Es muss jemand sein, der pervers ist, sagte Gillian angewidert. Diana zuckte mit den Schultern oder jemand, der einen unbändigen Hass auf diese Frau hatte. Beide Frauen schwiegen eine Weile bedrückt. Dann wechselte Diana abrupt das Thema. Kommst du zur Weihnachtsfeier im Handballclub am Freitag? Davon wusste ich gar nichts. Eine Feier? Becky erzählt dir wohl gar nichts, meinte Diana in argloser Grausamkeit. Vielleicht hat sie es erzählt und ich habe nicht richtig zugehört, sagte Gillian, aber sie wusste, dass es so nicht gewesen war. Du kommst aber doch, vergewisserte sich Diana. Jeder soll ein paar Kekse mitbringen oder irgendetwas. Wird sicher schön. Ja, bestimmt. Und du wirst sicher deine blöden Muffins mitbringen. Unter dem Hinweis, Tom komme bald nach Hause und sie müsse das Abendessen vorbereiten, gelang es Gillian eine Viertelstunde später, sich endlich loszueisen. Sie fühlte sich wie befreit, als sie und Becky endlich auf der dunklen Straße standen. Warum hast du mir nicht erzählt, dass ihr übermorgen eine Weihnachtsfeier im Handballclub habt, fragte sie, als sie schon beinahe daheim angekommen waren. Keine Lust. Anne Wesley schrak hoch, als der Lichtkegel über die Wand hinter dem Fernseher glitt, und schon im nächsten Moment fragte sie sich, ob sie ihn sich nicht eingebildet hatte oder geträumt hatte. Sie war eingeschlafen, trotz des spannenden Krimis der gerade lief. Sie lauschte nach draußen. Sie konnte nichts hören. Es war ihr drei- oder viermal aufgefallen in der letzten Zeit, dass ein Auto hier herauskam. Am Abend, in der Dunkelheit. Sie hatte den Motor gehört, sie hatte das Licht der Scheinwerfer über die Wände des Wohnzimmers streichen sehen. Und dann nichts. Kein Laut, kein Licht, gar nichts. Ann Wesley war keine ängstliche Frau. Beim ersten Mal war sie aufgestanden und vor die Haustür getreten, war dann sogar den Plattenweg durch ihren Garten gelaufen, bis zum Tor. Hatte versucht, irgendetwas zu erkennen, aber das war hier draußen fast unmöglich. Der Wald wuchs bis direkt in das Grundstück heran. Und die Lage ihres Hauses war es auch, was das Auftauchen eines Autos so befremdlich erscheinen ließ. In unmittelbarer Nähe gab es nicht einmal eine Straße. Sean und sie hatten das Haus acht Jahre zuvor auf einer Wanderung entdeckt. Sie hatten einen Ausflug nach Tunbridge Wales gemacht, der hübschen Stadt im äußersten Westen der Grafschaft kennt, eingebettet in Wiesen, Felder, Hügel und tiefe Wälder. Sie waren durch einen Wald gestreift, in dem Maiglöckchen und Buschwindröschen blühten, und plötzlich war das Haus vor ihnen aufgetaucht. Ein ehemaliges Forst- oder Jagdhaus, wie es schien. Es sah ziemlich verfallen, deutlich unbewohnt und wenig einladend aus. Aber das hatte Sean nicht er hatte sich in den Garten verliebt und konnte gar nicht mehr aufhören davon zu reden. Dieses riesige Grundstück, die vielen Obstbäume, die Fliederbüsche, Goldregen, Jasmin, was du willst, der Wald drumherum, es ist das, wonach ich immer gesucht habe. Ich habe immer darauf gewartet. Es war ihnen tatsächlich gelungen, das Haus zu erwerben. Genau genommen war das auch nicht schwer gewesen, denn es gab niemanden sonst, der es haben wollte. Und von da an hatten sie ihre gesamte Freizeit, jedes Wochenende und alle Ferien dort im Wald verbracht und das Haus renoviert, Stück für Stück, in mühevoller Arbeit, die ihnen aber, wie Anne überrascht festgestellt hatte, eine Menge Befriedigung verschaffte. Sie hatten eine weitläufige Holzterrasse nach Süden hin angelegt, mit einem Geländer, das sie umschloss, und Stufen, die in den Garten führten. Und Anne hatte sich oben unter dem Dach ein Atelier ausgebaut. Einige Jahre zuvor hatte sie das Malen entdeckt. Es war zu einer Leidenschaft geworden. Sie ging in die Küche hinüber eine wunderschöne Küche aus weißgebeiztem Holz, mit einem Herd in der Mitte des Raumes und einer großen Theke gegenüber der Terrassentür. Sie schenkte sich einen Schnaps ein, kippte ihn in einem Schwung hinunter, nahm noch einen. Normalerweise reagierte sie nicht mit Alkohol auf Probleme, aber für den Augenblick schien der Schnaps sie tatsächlich etwas zu beruhigen. Sie hatte nicht einmal nach Seans Tod versucht, sich mit Alkohol zu trösten. Überhaupt hatte sie keinerlei Hilfe in Anspruch genommen. Ihrer Erfahrung nach half Arbeit am besten über seelische Probleme hinweg. Und so hatte sie sich auf den Garten gestürzt, viel gemalt und so das schlimme erste Jahr überstanden. Nun waren weitere zweieinhalb Jahre vergangen und sie hatte alles im Griff. Sich, ihren Schmerz, das Leben hier draußen in der Abgeschiedenheit. Sean war gestorben, als alles fertig war. Mitten im Sommer, wenige Wochen nach seinem 65. Geburtstag. Im Juni war er aus dem Berufsleben ausgeschieden, vier Wochen nachdem sich auch Anne aus ihrer Praxis als Kinderärztin verabschiedet und in den Ruhestand zurückgezogen hatte. Anfang Juli wollten sie die Einweihung des neuen Hauses feiern, in ihrem Garten, der im blühenden Jasmin zu versinken schien. Am Tag vor dem Fest war Sean auf das Hausdach geklettert, weil er sich in den Kopf gesetzt hatte, entlang der Regenrinne eine bunte Lichterkette zu befestigen. Beim Abstieg hatte er die oberste Sprosse der Leiter verfehlt und war hinunter gestürzt, was zunächst nicht allzu dramatisch aussah, denn er hatte sich zwar den Oberschenkelhals gebrochen, aber sonst war nichts passiert. Aber dann hatte er eine Lungenentzündung bekommen. Keinerlei Antibiotika schlugen an, und innerhalb von vier Wochen war er tot, noch ehe er wirklich begriff, was eigentlich geschah. Der zweite Schnaps entspannte Anne endgültig. Sie kam zu dem Schluss, dass sie sich den Lichtschein tatsächlich eingebildet hatte. Dennoch, sie würde die Haustür heute gründlich verriegeln, mit Sicherheitskette, was sie sonst nicht tat, und in allen Räumen im Erdgeschoss die Läden vor den Fenstern schließen. Freitag, vierte Dezember Und? Was machst du jetzt so den ganzen Tag? fragte Bartek. Es war laut in dem Pub. Samson ging nicht so gern hierher, aber Bartek bestand immer darauf, und da Bartek sein einziger Freund war, wollte Samson ihn nicht verärgern. Also ich sitze nicht dauernd daheim, wenn du das meinst, entgegnete Samson. Das wäre mir viel zu langweilig. Dass er es nicht stinkt, immer noch bei deinem Bruder und deiner Schwägerin zu wohnen, dafür bist du doch viel zu alt. Das Haus gehört mir aber auch. Bartek zog die Augenbrauen hoch. Wie alt bist du jetzt? Vier und dreißig. Das wäre wirklich mal Zeit für eine Frau, mit der du zusammen lebst. Hast du nicht vor, irgendwann mal zu heiraten und eine Familie zu gründen? Bartek hatte den heiklen Punkt erwischt. Nach nichts sehnte er sich so sehr wie nach einer Frau, die ihn heiraten würde. Ein Haus, ein Garten, Kinder, ein Hund. Aber die peinliche und wie er fand, geradezu perverse Tatsache war die, dass er überhaupt noch nie eine Freundin gehabt hatte. Weder in der Schulzeit noch danach. Überhaupt nie. Naja, ist ja nicht so, dass man jeden Tag einer Frau begegnet, die man heiraten würde. Also, meine Freundin hat mich jetzt so weit, sagte Bartek, und er sah dabei nicht ganz unglücklich aus. Bartek war einfach ein Glückspilz, immer, in jeder Hinsicht. Sie hatten einander kennengelernt, als Samson noch nicht Tiefkühlkost ausgefahren, sondern für einen Limousinen-Service gearbeitet hatte. Bartek war dort ebenfalls angestellt gewesen, und im Unterschied zu Samson hatte er keine Kündigung bekommen. Samson, der nächtelang wach lag und sich mit der Frage herumschlug, weshalb er von den Frauen beharrlich übersehen wurde, hatte oft überlegt, ob es daran lag, an seiner eigenen, geradezu grotesk langweiligen Biografie. Was hatte er Interessantes zu erzählen? Oder an seinem Namen? Wer hieß schon Samson? Gavin konnte man heißen, ohne dass man deswegen die ganze Schulzeit hindurch gehänselt wurde. Du musst mehr unter Menschen gehen, sonst findest du nie die Frau fürs Leben. Was machst du normal den ganzen Tag, wenn du nicht daheim sitzt? Kurz überlegte Samson, ob es ratsam war, sich Bartek anzuvertrauen. Er hätte so gerne mit jemandem gesprochen, und außer Bartek gab es niemanden. In gewisser Weise gehe ich den ganzen Tag unter Menschen. Ja? Was machst du? Ich schaue mir das Leben anderer Menschen an. Hä? Ich laufe durch die Straßen, immer zu bestimmten Zeiten. Und es ist sehr interessant, also, man findet eine Menge über die Menschen in der eigenen Umgebung raus, wie sie so leben, so etwas eben. Samson dachte plötzlich, dass er wahrscheinlich einen Fehler begangen hatte. Heißt das, du beschattest andere Leute regelrecht? fragte Bartek nach einer Weile, in der er offenbar versucht hatte, das gehörte zu sortieren. Ich versuche, Dinge über sie raus zu finden, warum jemand zum Beispiel alleine ist und wie er damit umgeht. Ja, aber wozu? Samson erkannte, dass es zwecklos war. Bartek würde ihn nicht verstehen. Dann denkst du, du findest eine junge alleinstehende Frau, indem du durch die Straßen streunst und in fremde Häuser spähst? fragte Bartek, der sich offenbar bemühte in eine ihn grotesk anmutende Situation, eine gewisse Struktur und Logik zu bringen. Gott, Samson, also wirklich, hast du denn wenigstens schon eine Frau entdeckt, die zu dir passen könnte? Samson musste zugeben, dass sich seine Ausbeute an jungen alleinstehenden Frauen in Grenzen hielt. Die meisten sind natürlich älter. Eine gehört zu meinem Programm. Sie hat mein Alter und lebt offensichtlich allein. Arbeitet freiberuflich, von zu Haus aus und hat einen großen Hund. Der Hund? Hast du sie mal angesprochen? Samson merkte, Bartek tatsächlich nichts verstand. Die Frauen, die er beschattete, würde er nicht ansprechen. Nein. Dann lad sie doch mal auf einen Kaffee ein. Kann ich machen, sagte Samson. Aber er wollte nur, Bartek Ruhe gab. Es gibt da eine Familie, erzählte Samson zögernd. Eigentlich wollte er Bartek nicht noch tiefer ins Vertrauen ziehen, aber er hatte plötzlich das Gefühl, den Eindruck verwischen zu müssen, er habe es ausschließlich auf Frauen abgesehen. Bartek schien doch ziemlich schockiert und das wollte er so nicht stehen lassen. Sie wohnt am anderen Ende unserer Straße, gleich an diesem Grünstreifen, gegenüber vom Golfclub. Aha, was ist mit denen? Er ist Wirtschaftsberater, hat Gavin mal geholfen. Sie ist sehr attraktiv. Und dann haben sie noch eine bezaubernde Tochter, etwa zwölf Jahre alt. Bartek sah nicht weniger perplex drein als zuvor. Äh, ja, und was willst du mit denen? Die attraktive Mami für dich abstauben, oder was? Nein, nein, natürlich nicht, sie sind nur, sie sind so perfekt, weißt du, eine Traumfamilie, die Familie, die ich mal haben möchte. Bartek wirkte nun ernsthaft beunruhigt. Und wenn, dachte Samson, braucht man das nicht manchmal, die Möglichkeit zu fliehen? Ich werde mal sehen, ob wir was für dich arrangieren können. Irgendwo muss es doch eine Frau für dich geben. Bin arbeitslos. Ja, deswegen wäre es natürlich auch wichtig, dass du dich ernsthaft um eine Arbeit kümmerst. Ich suche ja wie verrückt. Was nicht stimmte. Samson hatte sich diesmal nicht einmal offiziell arbeitslos gemeldet und er wusste, dass das ein Fehler war. Wenn du dich wirklich bemühst, wirst du auch was finden, sagte Bartek optimistisch und dann wechselte er zu Samsons tiefer Erleichterung das Thema und wandte sich wieder seinen eigenen Zukunftsplänen zu. Der geplanten Hochzeit, seinem Wunsch für sich und seine Braut eine Eigentumswohnung zu kaufen, dem Problem, dafür einen Kredit zu bekommen und 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 Samson ließ das alles an sich vorbeirauschen. Er dachte an Jillian Ward. Wenn ich nur unauffällig verschwinden könnte, dachte Jillian. Die Kinder der verschiedenen Handballgruppen tobten unten auf dem Spielfeld herum, die Eltern, vorwiegend Mütter saßen in dem von der eigentlichen Sporthalle durch eine Glasscheibe abgetrennten Restaurant, das zum Club gehörte und in dem Vereinssitzungen und Feiern stattfanden. Der Raum war weihnachtlich geschmückt und von einem CD-Player erklangen Weihnachtslieder. An der Bar konnte man Kaffee, Tee oder Sekt bekommen. Das Essen hatten die Eltern selber mitgebracht und auf einem langen Tisch ein Buffet aufgebaut. Diana hatte in letzter Sekunde abgesagt, weil sich Darcys Halsentzündung verschlimmert hatte und der Jillian zu niemandem sonst hier je in Kontakt getreten war, hatte sie die erste halbe Stunde völlig allein herum gesessen, hatte sich an ihrer Kaffeetasse festgehalten und ohne jeden Appetit ein paar Kekse gegessen. Jeder fühlte sich aufgehoben. Jeder war glücklich. Jeder außer Jillian. Schließlich hatte sich eine Mutter neben sie gesetzt, aber dies nur deshalb, weil sie später gekommen war und keinen anderen Platz fand. Sie sind Jillian, stimmt's? Die Mutter von Becky? Jillian nickte und fragte sich, weshalb die anderen Frauen das immer wussten, wie man hieß und wer die Mutter von wem war. Die andere Mutter begann ausgiebig von ihrem Sohn zu erzählen, der sich seit frühester Kindheit mit Neurodermitis herumschlug und auch sonst mit Allergien und jeder Menge Nahrungsmittel Unverträglichkeiten zu kämpfen hatte. Die andere Mutter, deren Namen Jillian noch immer nicht kannte, nahm einen tiefen Schluck von ihrem Sekt und wechselte das Thema. Sieht Burton nicht wieder fantastisch aus? Jillian suchte den Raum ab und entdeckte John Burton, den Trainer, der inmitten einer Traube von Müttern am Bad Tresen lehnte und vermutlich Rede und Antwort zu den Fortschritten der Kinder stehen musste. Er sah gut aus, aber vor allem umgab ihnen die Aura einer geheimnisvollen Vergangenheit. Es hieß, er sei bei der Polizei gewesen und habe dort eine Blitzkarriere hingelegt, sei aber bereits im Alter von 37 Jahren unter mysteriösen Umständen, deren Hintergrund niemand herausfand, dort ausgeschieden. Er hatte dann eine private Wachgesellschaft gegründet, beschäftigte gut zwei Dutzend Mitarbeiter und organisierte hauptsächlich Gebäudewachdienste und Personenschutz. Er lebte und arbeitete in London, kam jedoch zweimal in der Woche hinaus nach Southend, um zwei Jugendmannschaften im Handball zu trainieren. Besonders für die Frauen aus gutbürgerlichem Milieu war er ein Held, ein Retter, ein Kämpfer. Gillian konnte sich vorstellen, wie sehr sie ihn romantisierten. Vermutlich dachte sie, ist er in Wahrheit überhaupt nicht das, was sie in ihm sehen. Aber sie musste zugeben, dass er sehr attraktiv war. Ja, er sieht schon ziemlich gut aus. Ziemlich gut? Ich muss immer aufpassen, keine unanständigen Fantasien zu entwickeln, wenn ich ihn sehe. Komisch, dass einer wie er keine Frau hat. Er will sein Privatleben eben hier nicht ausbreiten. Entschuldigung, ich muss unbedingt eine Zigarette rauchen. Lieber Gott, lass sie bloß nicht auch Raucherin sein und mitkommen. Die andere lächelte säuerlich. Sie war beleidigt, das war deutlich zu spüren. Gillian drängte sich durch den Raum, atmete auf, als sie in der Garderobe stand. Es dauerte volle fünf Minuten, bis sie ihren Mantel unter den Bergen anderer Mäntel gefunden und angezogen hatte. Dann trat sie hinaus in den dunklen Abend. Sie kamte eine Zigarette hervor, zündete hervor, nahm die ersten Züge hastig hintereinander. Mit dem linken Zeigefinger massierte sie sich sanft die Schläfe. Ich drücke mich eine halbe Stunde hier draußen herum. Dann sage ich Becky, dass wir gehen müssen, beschloss sie. Ein weiterer Minuspunkt natürlich für sie. Vielleicht sollte sie sich gar nicht so sehr darüber wundern, dass ihre Tochter nicht mit ihr klarkam. Gerade als sie ihre Zigarette in einem leeren Blumenkübel ausdrückte, sah sie John Burton aus der Tür treten. Er hatte sich eine schwarze Jacke angezogen und einen Schal um den Hals geschlungen. Er lächelte, als er sie sah. Tun sie dasselbe wie ich? Ihre Lungen mal trätieren? Sie nickte. Ich fürchte ja, außerdem, sie sprach den Satz nicht zu Ende, weil sie ihn nicht kranken wollte, aber er schien zu verstehen, was sie sagen wollte. Außerdem ist es eine gute Gelegenheit, dem allen zu entkommen. Unerträglich. Das finden sie auch? Er kramte ein Zigarettenpäckchen hervor, hielt es ihr hin und sie nahm sich eine Zigarette. Sie rauchten schweigend. Schließlich sagte er, ich habe sie hinausgehen sehen. Sie wirkten wie jemand, der auf der Flucht ist. Ich hatte gehofft, dass man es nicht bemerkt. Außer mir hat es wahrscheinlich auch niemand bemerkt. Die achten nicht auf andere. Jedenfalls nicht in dieser Hinsicht. Aber ich hatte die ganze Zeit über den Eindruck, dass sie sich nicht besonders wohl fühlen. Jillian schluckte. Es war nicht, was eine verständnisvolle Bemerkung, ein mitfühlender Tonfall auslösen konnten. Sie hatte das Gefühl, dass plötzlich Tränen in ihr aufstiegen. Ich bekam die ganze Krankengeschichte eines Jungen erzählt, in allen Details. Jede Menge Allergien. Deshalb einen etwas gequälten Eindruck gemacht. Das war die Mutter von Philip, ein sehr netter, aufgeweckter Junge. Meiner Ansicht nach hatte überhaupt gar keine Allergien. Er hat diese Mutter und das ist ein ganzes Problem. Er sagte das so trocken und sachlich, dass Jillian plötzlich lachen musste. Sie war über sich selbst erstaunt. So komisch waren seine Worte nun auch nicht gewesen. Aber das Lachen kam tief aus ihrem Inneren, entstand irgendwo in ihrem Bauch und drängte sprudelnd nach oben. Sie lachte befreit und lebhaft und dachte, dass sie ewig nicht mehr wirklich gelacht hatte, so ganz aus der Tiefe heraus. Aber zugleich war ihr klar, dass etwas nicht stimmte, weil sie heftiger lachte, als es der Situation angemessen war, dass sie dicht davor war, hysterisch zu werden und es schien ihr auch als Blicke John Burton sie erstaunt an. Aber nicht doch, was ist denn, fragte er und legte die Hand auf ihren Arm und er erkannte sie, dass sie nicht mehr lachte, sondern weinte und dass sie überhaupt nicht bemerkt hatte, wie das eine in das andere übergegangen war. Ich weiß nicht. Entschuldigung, ich kurzentschlossen drückte Burton seine Zigarette aus, nahm auch Jillian die Zigarette aus der Hand und versenkte sie im Blumenkübel. Dann umfasste er ihren Arm. Kommen sie. Bevor andere sie hier draußen sehen, sie möchten denen sicher nicht das Futter für einen monatelangen Tratsch liefern. Sie konnte nichts sagen, nur den Kopf schütteln. Willenlos ließ sie sich von ihm über den Parkplatz führen, stieg in ein Auto, dessen Tür er für sie geöffnet hatte. Sie registrierte, dass er von der anderen Seite einstieg und neben ihr saß. Sie weinte noch immer, aber es gelang ihr zumindest ihre Handtasche zu öffnen und nach einem Taschentuch zu kramen. Es tut mir so leid. Hören sie auf, sich zu entschuldigen. Ich habe gesehen, wie unglücklich sie waren. Wissen sie, was ich dachte? Nein. Ich dachte, irgendwann fängt sie an zu weinen. Und ich hatte gehofft, dass ihnen das nicht da drinnen passiert. Letztlich ist es mir jetzt hier in meinem Auto lieber. Sie fand endlich ein Taschentuch, schnäuzerte sich die Nase. Mir ist es ehrlich gesagt auch lieber. Vielen Dank. Geht's wieder? zu einigermaßen. Aber ich kann da jetzt nicht rein. Burton überlegte. Es gibt in der Nähe ein Pub. Wenn sie mögen, können wir dort einen Schnaps trinken. Es hilft manchmal. Gute Idee. Ich hoffe, ich bin Ihnen nicht zu lästig. Er ließ den Motor an und steuerte den Wagen aus der Parklücke. Glauben Sie, ich habe große Lust auf die Gesellschaft da drin? Schwer vorstellbar. Eben. Ein paar Minuten später erreichten sie das Halfway Haus. Nicht das Beste, was die Stadt zu bieten hat, sagte Burton, als sie ausstiegen, aber dafür gleich in der Nähe. Und sie treffen vermutlich niemanden, den sie kennen. Stimmengewirr und lautes Gelächter schlugen ihnen entgegen. Burton entdeckte einen freien Tisch mit zwei Stühlen und bahnte den Weg durch die Menge. Was möchten sie trinken? Irgendeinen Schnaps am besten einen doppelten. Er nickte und drängte sich in Richtung Bar, während Jillian ihren Mantel auszog, ihn über die Stuhllehne hängte und sich setzte. Sie nahm ihren Handspiegel aus der Tasche und begutachtete ihr Gesicht. Ich sehe mindestens zehn Jahre älter aus, als ich bin, dachte sie resigniert und wirklich nur wie eine Frau, mit der man Mitleid haben kann. Sie ließ den Blick durch den Raum schweifen in der Hoffnung, den Eingang zur Toilette zu entdecken. Vielleicht würde ihr ein wenig kaltes Wasser im Gesicht helfen. Ihre Augen blieben plötzlich an einem Mann hängen, der ihr bekannt vorkam. Er saß mit einem anderen Mann vor einem Bierglas und starrte zu ihr hinüber. Jillian brauchte aber einige Sekunden, um ihn einordnen zu können. Dann fiel es sie ein. Er wohnte in derselben Straße wie sie, nur ganz am anderen Ende, zusammen mit seinem Bruder und seiner Schwägerin. Den Bruder hatte Tom einmal in einer Nachlassgeschichte beraten und nachher gesagt, es handelte sich um etwas eigenartige Leute. Unsicher lächelte sie zu ihm hinüber. Na, wunderbar! Nun saß sie völlig verweint mit einem höchst attraktiven Mann, der nicht ihr eigener war, an einem Freitagabend in einer Kneipe und traf prompt auf einen Nachbarn. Der junge Mann lächelte schüchtern zurück. Er wirkte erstaunt. John Burton kehrte an den Tisch zurück, bewaffnet mit zwei großen Schnapsgläsern. Sie nahm einen tiefen Schluck und dann gleich noch einen. Der Schnaps brannte in ihrer Kehle, sandte Hitzewellen durch ihren Magen. Möchten Sie über Ihren Kummer reden? fragte John nach einer Weile. Warum eigentlich nicht? In wenigen Worten meine Tochter lehnt mich ab, weil sie sich von mir gegängelt und bevormundet fühlt. Und mein Mann nimmt mich nicht mehr wahr. Wahrscheinlich also einfach das Übliche. Sie versuchte zu lachen. John Burton stimmte nicht ein, sondern blickte sie nachdenklich an. Über ihren Mann kann ich nicht sagen, aber ihre Tochter kenne ich zumindest ganz gut. Ich mag Becky, sie ist sportlich, ehrgeizig und hat Teamgeist. Sie ist stark und unabhängig im Wesen. Na klar, sie ist auch eigenwillig und manchmal schwierig, aber möglicherweise macht sie gerade eine problematische Phase durch und verletzt dabei vor allem den Menschen, der ihr am nächsten steht. Sie sollten sich nicht allzu viele Sorgen machen. Das kommt alles wieder in Ordnung. Überrascht von der Klarheit, mit der er das sagte, fragte sie Sicher? er nickte. Darauf würde ich wetten. Danke. Sie war fasziniert von der Tatsache, dass er es tatsächlich geschafft hatte, ihr mit wenigen Sätzen ein Gefühl größerer Leichtigkeit zu verschaffen. Er hatte sie ernst genommen und dennoch versucht, sie zu trösten. Sie verstehen eine Menge von Kindern. Ich verstehe etwas von Sport und man erfährt viel über Menschen, die man in Ausübung eines Mannschaftssports beobachtet. Sie seien interessiert an. Stimmt es eigentlich, dass sie bei Scotland Yard waren? Sein Gesicht verschloss sich. Ja. Es war klar, dass er über seinen Beruf und vor allem über die Umstände, die zu seinem Ausstieg geführt hatten, nicht reden würde. Daher gab Gillian dem Thema eine andere Richtung. Was sagen sie zu diesem schrecklichen Verbrechen? Das an der älteren Frau in Hackney. Ich kann wenig dazu sagen. Ich weiß nicht mehr als das, was in den Zeitungen steht. Aber sie hatten mit so etwas beruflich zu tun. Ja, aber ich kann diesen Fall nicht beurteilen. Die Polizei lässt nichts darüber verlauten, wie das Opfer umgebracht wurde. Ich habe nur gelesen, dass sie weder beraubt noch vergewaltigt wurde. Es ging also nicht um Geld und es ging zumindest vordergründig nicht um Sex. Glauben Sie, dass es wieder passieren wird? Dass es ein nächstes Opfer gibt? Möglich? Es ist ja nicht klar, worin das Motiv besteht. Vielleicht war es ein persönliches Problem zwischen Täter und Opfer. Aber auch dann ist ein Mensch, der so etwas anrichtet, natürlich eine tickende Zeitbombe. Es macht einem Angst. Es wird sich aufklären. Die meisten Verbrechen werden irgendwann aufgeklärt. Aber nicht alle. Nicht alle, gab er zu. Sie wagte einen Vorstoß. sind sie deshalb weggegangen? Von der Polizei meine ich, weil es unerträglich war, immerzu mit schrecklichster Gewalt konfrontiert zu werden und nicht immer hinterher für Gerechtigkeit sorgen zu können. Wieder bekam sein Gesicht den verschlossenen Ausdruck. Es gab eine Menge Gründe, sagte er vage. Dann trank er sein Glas leer und blickte auf die Uhr. Ich fürchte, wir müssen in den Club zurück. Nicht, dass es mich allzu sehr dorthin zieht, aber wenn die merken, dass wir beide fehlen, kommen sie noch auf dumme Gedanken. Welche Gedanken denn? fragte sie und erschrak selbst im nächsten Augenblick über den herausfordernden Klang in ihrer Stimme. Es war nicht ihre Art zu flirten. Ich denke, das wissen sie, sagte John und stand auf. Er war auf ihren Ton nicht eingegangen und sie hatte das deutliche Gefühl, dass er verärgert war, zumindest genervt. Vielleicht empfand er sie als plump, vielleicht war sie ihm auch zu nahe getreten, als sie ihn nach seinem früheren Beruf gefragt hatte. Als sie hinaus dringten, kamen sie dicht an dem Tisch vorbei, an dem der Mann aus Jillians Straße saß. Und jetzt fiel ihr sein Name wieder ein. Siegel, Samson Siegel. Er nickte ihr zu, fixierte sie mit seinem Blick. Genauso wie zu Anfang, als sie ihn entdeckt hatte. Samstag, 5. Dezember Es war Samstag, aber darum scherten sich Ermittlungsarbeiten selten. Detective Inspektor Fielder hatte seiner Frau versprochen, mit ihr in die Stadt zu gehen und ein paar Weihnachtseinkäufe zu erledigen. Aber dann war er noch einmal an den Tatort gerufen worden, an dem Carla Roberts auf so schreckliche Weise ihr Leben gelassen hatte. Und es wurde ihm klar, dass er seine Frau enttäuschen musste. Seine Mitarbeiter hatten das Haus durchkämmt, in dem Carla Roberts ermordet worden war, mit den Bewohnern gesprochen, Fragen gestellt. Es war wenig dabei herausgekommen, eigentlich gar nichts. Niemand hatte Carla persönlich gekannt. Wer sich überhaupt an sie erinnerte, beschrieb sie als stille, völlig zurückgezogen lebende Frau. Fielder fragte sich, ob es womöglich genau das war, was sie zum Opfer hatte werden lassen. Wie schon am vergangenen Mittwoch in Kira Jones Wohnzimmer dachte Fielder, er ist ein Täter, der nichts gegen Carla Roberts persönlich hatte, der einfach ein Problem mit Frauen hat und sich diejenigen heraussucht, die es ihm leicht machen. Und diese Möglichkeit war gewissermaßen die schlimmste. Denn wenn es keinerlei persönliche Verbindung zwischen Carla und ihrem Mörder gab, dann wurde die Suche nach dem Täter zu einem Stochern im Nebel. Blieb ein Punkt. Ganz offenbar hatte sie ihn selbst in ihre Wohnung gelassen. Das war der Hoffnungsschimmer, der einzige Hinweis darauf, dass sie ihn, wie flüchtig auch immer, gekannt haben mochte. Detektiv Sergeant Christy McMurrow trat auf Fielder zu. Fielder mochte Christy, weil sie so engagiert war und ihrem Beruf eine ungeheure Priorität in ihrem Leben einräumte. Sie brannte für ihre Arbeit. Darüber hinaus fand er sie ungeheuer attraktiv, aber er wusste, dass er das eigentlich gar nicht denken durfte. Der Hausmeister hat uns angerufen, Sir, und ich denke, sollten sich das anschauen. Der Hausmeister, ein kleiner, untersetzter Mann mit einer ungesunden roten Gesichtsfarbe, stand vor der Eingangstür und war kurz davor zu hyperventilieren. Ich habe entdeckt, dass mit der Tür hier etwas nicht stimmt, Inspektor, sagte er, kaum, dass er des Beamten ansichtig wurde. Er wies auf die gläserne Eingangstür, die in das Wohnhaus führte. Irgendwie, ja, schon die ganze Zeit über konnte man sie einfach aufdrücken. Ein- oder zweimal dachte ich, dass es wirklich eine Schlamperei ist, dass die Leute sie nicht richtig zumachen, aber heute fiel mir ein, es kann gar keine Schlamperei sein, und da habe ich ihre Mitarbeiterin angerufen. Weshalb kam ihnen heute der Gedanke, dass es sich nicht um eine Schlamperei, wie sie es nannten, handeln könnte? Der Hausmeister wirkte peinlich berührt. Na ja, plötzlich dachte ich, dass es so nicht gewesen sein kann, mit der Tür. Die hat eine Feder, und wenn man sie aufstößt und hindurch geht, und sie dann hinter sich zufallen lässt, dann fällt sie ins Schloss, immer, verstehen sie? Die Tür war nie geschlossen, als ob jeder, der hindurch gegangen war, sie vorsichtig hinter sich angelehnt hätte. Und warum sollten die Leute das tun? Das wäre ja absurd. In der Tat, sagte Fielder, dieser Mechanismus mit der Feder ist also kaputt. Der Hausmeister nickte. Seit wann ist das so, oder besser, wann ist es ihnen aufgefallen? Das ist noch nicht lang her, vielleicht seit vier Wochen. Fielder wandte sich an Christy. Einer unserer Techniker muss untersuchen, worauf der Defekt zurückzuführen ist, ob es sich einfach um eine Verschleißerscheinung handelt oder ob nachgeholfen wurde. Es waren zu viele Fragen offen. Noch immer war es ihnen nicht gelungen, Carla Roberts geschiedenen Mann aufzutreiben. Ebenso liefen die Nachforschungen seine damalige Geliebte betreffend bislang ins Leere. Er strich sich mit einer müden Bewegung über das Gesicht. Wir müssen unbedingt versuchen, etwas über das Privatleben von Carla Roberts herauszufinden. Es kann doch nicht sein, dass es absolut niemanden gab, mit dem sie sich unterhielt oder mal traf oder ins Kino ging. Haben sie da bereits irgendetwas? Noch nicht, musste Christy bekennen. Die Tochter weiß so wenig über das Leben ihrer Mutter, dass sie uns auch nicht weiter helfen konnte. Ich habe aber ein Adressbuch der Toten. Da stehen ein paar Namen drin, die ich abklappern werde. Versuchen sie's, sagte Fielder. Montag, 7. Dezember. Hast du denn wirklich einmal versucht, richtig mit Becky zu sprechen? fragte Tara. Ich meine in einer Art, die ihr zeigt, dass du sie ernst nimmst. Sie fühlt sich offensichtlich von dir eingeengt, wie ein Kind behandelt und sie rebelliert dagegen. Tara, es mag ja sein, dass ich sie wie ein Kind behandle, aber sie ist ein Kind. Sie ist zwölf. Ich weiß, dass sie glaubt, sie wäre bereits erwachsen, aber leider irrt sie sich da. Heutzutage sind Mädchen mit zwölf weiter, als wir es waren. Ich meine aber auch gar nicht, dass du sie von nun an machen lassen sollst, was immer sie möchte. Du solltest ihre Probleme nur nicht herunterspielen. Sie saßen in Jillians Küche. Es war Montag, später Nachmittag. Becky war gleich nach der Schule mit zu Darcy nach Hause gegangen. Jillian hatte bis zum frühen Nachmittag gearbeitet. Dann war sie zum Einkaufen gefahren und hatte gerade ihre unzähligen Einkaufstüten mit Lebensmitteln, Katzenfutter und Katzenstreu auf den Küchentisch gewuchtet, als Tara anrief. Sie hatte ein Gespräch mit einem Zeugen in Shoe Baroness gehabt, der, wie sie erzählte, eine Schlüsselrolle in dem Fall spielte, den sie gerade auf dem Schreibtisch hatte, und der ihr Rückweg sie fast direkt bei Jillian vorbeiführte, wollte sie auf einen Sprung hereinkommen. Kurz darauf stand sie in der Tür, wie immer zwar gestresst, zugleich aber auch kühl und sehr elegant, in einem dunkelblauen Hosenanzug, mit beigefarbenen Wildlederstiefeln und einem dazu passenden Mantel. »Wie kommt Becky denn mit Tom zurecht?« fragte Tara. »Mit Tom? Ganz großartig. Aber das ist doch kein Wunder. Er ist selten zu Hause, und in der wenigen Zeit, die er mit ihr verbringt, kann er natürlich der Traum der die sein, der ihr alles erlaubt und jeden Unsinn mitmacht. Tara sah sie aufmerksam an. wie läuft es zwischen euch, zwischen dir und Tom, meine ich. Nicht so gut. Es ist nicht so, dass wir streiten. Wir reden eigentlich wenig miteinander. Er ist, wie gesagt, ohnehin kaum da. Er lebt für unsere Firma und für den Tennisclub. Und sehr viel mehr Zeit bleibt er nicht mehr. Ist er immer noch so ein fanatischer Sportler? Es wird eher schlimmer. Er kommt nach Hause, zieht sich um und ist wieder weg. Ich glaube, ich könnte ihm sterben liegen. Er wird es nicht ausfallen lassen. Tara und Jillian hatten einander in einem Französischkurs in London kennengelernt, an dem beide fünf Jahre zuvor teilgenommen hatten. Jillian hatte damals ihr Schulfranzösisch aufpolieren wollen und sich daher in der Sprachschule angemeldet. Tara hatte sich, nachdem sie etliche Jahre als Rechtsanwältin in Manchester gearbeitet hatte, kurz zuvor bei der Londoner Staatsanwaltschaft beworben und war eingestellt worden. Ausgerechnet in dem ersten Fall, der dann auf ihrem Schreibtisch gelandet war, hätte es ihr geholfen, etwas besser Französisch zu sprechen, als sie es tatsächlich tat. Die beiden Frauen hatten nebeneinander gesessen und einander auf Anhieb gemocht. Seitdem waren sie befreundet. Es kann aber nicht sein, dass Tom ... Sei mir nicht böse, ja? Es kann nicht sein, dass er ein Verhältnis hat? Tom? Nie im Leben. Das Telefon klingelte. Entschuldige, sagte Jillian und ging ans Telefon, das im Gang stand. Sie meldete sich. Jillian Ward? John Burton? Störe ich? Sie fragte sich, weshalb sie beim Klang seiner Stimme ein seltsames Kribbeln im Bauch bekam. Unvermittelt fielen ihr die Worte der anderen Frau auf der Weihnachtsfeier ein. Ich muss immer aufpassen, keine unanständigen Fantasien zu entwickeln, wenn ich ihn sehe. Nein, nein, sie stören überhaupt nicht. Ich wollte mich erkundigen, ob sie am Freitag gut nach Hause gekommen sind. Danke, ja, danke, das bin ich. Sie wartete. Sie war sich bewusst, dass Tara genau zuhörte. Und dann fuhr Burton fort, wollte ich ihnen sagen, dass ich am Mittwochabend wieder im Halfway-House bin. Falls sie Lust haben, mich dort zu treffen, würde ich mich freuen. Sie war überrascht. Der Freitag war ein Ausrutscher gewesen, der in Vergessenheit geraten würde. Sie hatte geheult, sie hatte zu viel getrunken, sie hatte mit ihm sicher geflirtet. Am Mittwoch wiederholte sie. Ja, ich bin gegen 19 Uhr dort. Ich bin nicht sicher. Sie können es sich überlegen. Ich gehe sowieso hin. Und sie sind völlig frei, sich bis zur letzten Minute zu entscheiden. Ich überlege es mir. Okay, stimmte Burton zu. Also, bis dann vielleicht, sagte sie. Und er erwiderte bis dann und legte auf. Das vielleicht hatte er weggelassen. Du bist ganz schön überzeugt von dir, dachte Jillian. Wer war das denn, fragte Tara natürlich prompt. Das war der Handballtrainer von Becky, John Burton. Und er möchte sich Mittwochabend mit mir treffen. Tara musterte sie aufmerksam. Gibt es etwas, das du mir erzählen möchtest? Jillian blieb stehen. Im Moment nicht. Ich habe mit diesem Mann einmal einen Schnaps zusammen getrunken und wir fanden einander sympathisch. Das ist eigentlich alles. Hm, machte Tara. Sie wirkte absolut nicht von der Harmlosigkeit, die Jillian der ganzen Geschichte verleihen wollte, überzeugt. Sie blickte auf ihre Uhr, griff nach ihrer Handtasche und stand auf. Ich muss leider los. Sie mustete Jillian eindringlich. Wirst du hingehen? Am Mittwoch? Jillian zuckte mit den Schultern. Ich weiß noch nicht. Ähm, im Zweifelsfall könnte ich Tom sagen, dass ich mich mit dir treffe? Tara lächelte. Es wirkte ein wenig boshaft. Klar, ich gebe dir jederzeit ein Alibi. Sag mir einfach Bescheid. Jillian begleitete sie zur Haustür. Sie fragte sich, ob das der erste Schritt zum Betrug war und ob sie ihn eben getan hatte, wenn man die Freundin bat, ein Treffen zu bestätigen, das in Wahrheit nicht stattfand, weil man stattdessen mit einem anderen Mann ausging. Draußen war es dunkel und kalt. Alle Häuser in der Straße waren weihnachtlich geschmückt. Wegen Becky, sagte Tara, lass dich nicht unterkriegen. Ich glaube, ein wenig Abstand wird uns ganz gut tun. Becky fährt nach Weihnachten bis Anfang Januar wieder zu meinen Eltern und das gibt uns eine Pause voneinander. Denk nicht nur an sie, denk auch an dich, bat Tara. Im Lichtschein der Hauslaterne konnte Jillian das Gesicht der Freundin deutlich erkennen. Sie wirkte aufrichtig besorgt. Ein Mann ging am Gartenzaun vorbei, schaute nur kurz zu den beiden Frauen hin, ging weiter. Tara schüttelte den Kopf. Der ist schon wieder. Wieso schon wieder? Der lungerte hier schon rum, als ich ankam. Jillian blickte dem Mann nach. Könnte Samson Siegel sein, der ist nett und harmlos, wohnt am anderen Ende der Straße und geht in die falschen Kneipen und hat dich mit John Burton gesehen. Denk an die vielen Verbrechen, die täglich geschehen, meinte Tara. Es laufen eine Menge durchgeknallter Gestalten auf diesem Planeten herum. Jillian musste lachen. Bei deinem Beruf würde ich das wahrscheinlich auch so sehen. Sei jedenfalls vorsichtig, bat Tara und schloss die Türen ihres dunkelgrünen Jaguars auf. Dienstag, 8. Dezember. Er hatte Würstchen gekauft und ein paar Hundecracker und es war ihm tatsächlich gelungen, den Hund von seiner normalen Spur abzubringen. Er kannte die Abläufe genau und er war auch an diesem Morgen nicht enttäuscht worden. Komm, Hundchen, na komm, hier gibt's was Feines zum Fressen. Tatsächlich sprang das Tier sofort schwanzwedelnd auf ihn zu und begrüßte ihn wie einen alten Bekannten. Es schluckte die Wurst, ohne sie zu zerkauln hinunter und folgte dem Fremden Sodann voller Erwartungsfreude. In der Ferne hörte er sie rufen. Jess! Hey, Jess! Wo bist du? Also, Jess. Endlich hatte das große zottelige Tier einen Namen. Jess spitzte die Ohren und wandte den Kopf. Samson nahm die nächste Wurst in die Hand. Jess! Feines Würstchen! Jess Gier hatte gesiegt und er trabte weiter hinter Samson her. Irgendwann wagte es Samson, in das Halsband des Hundes zu greifen und ihn mit sich zu führen. Ein langer, kalter Tag stand ihm bevor. Er hatte sich das Gespräch mit Bartek durchaus zu Herzen genommen. Etwas musste er machen. Aktiv werden. Der Einfall mit Jess war ihm zwei Nächte zuvor gekommen und er fand ihn geradezu genial. Den Hund entführen, sich einen Dreiviertel Tag mit ihm herumtreiben und ihn so dann der verzweifelten Besitzerin zurückbringen. Er erklärt, er irgendwo aufgegriffen hatte. Sie würde dankbar und erleichtert reagieren, ihn vielleicht hineinbitten, ihm einen Kaffee anbieten. Womöglich ergab sich daraus mehr. Jess hatte ein zweites Würstchen und sämtliche Cracker verspeist und wurde unruhig. Samson zog seinen Gürtel aus der Hose und schob ihn durch das Halsband, um eine Leine zu haben. Wir gehen ja wieder zu dir nach Hause. Keine Sorge. Jess hörte ihm aufmerksam zu und wedelte mit dem Schwanz. Es war schön, mit einem Hund zu reden, stellte Samson fest. Ich habe mir immer einen Hund gewünscht. Aber erst waren meine Eltern dagegen, und jetzt ist es Millie. Er konnte den Hass wie eine kleine heiße Flamme im Bauch spüren, als er ihren Namen aussprach. Millie, die so unzufrieden und so kalt war, die ihm auf Schritt und Tritt zeigte, was sie von ihm hielt, dass er ein Versager war, lästig, überflüssig, einer, der es zu nichts gebracht hatte im Leben. Ich finde dein Frauchen ganz hübsch, sagte er zu Jazz. Sie gefällt mir nicht so gut wie Jillian, aber Jillian ist leider schon verheiratet. Sie hatten den Parkplatz des Golfclubs erreicht. Ein einziges Auto stand dort, sonst war alles völlig leer an diesem kalten frühen Morgen. An der Eingangstür hing ein großes Plakat, das einen festlichen Weihnachtsball ankündigte, der am kommenden Samstag im Club stattfinden sollte. Organisiert hatte ihn der bekannte Londoner Rechtsanwalt Logan Stanford. Höhepunkt würde eine Tombola sein, deren Erlös russischen Straßenkindern zugutekommen sollte. Samson kannte Logan Stanford. Nicht persönlich natürlich, Stanford war ein überaus erfolgreicher Anwalt, dem erstklassige Verbindungen zu den Reichen und Mächtigen des Landes nachgesagt wurden. Er verfügte über beides in außerordentlichem Maße, Geld und Einfluss. Und er war bekannt für die ständigen Wohltätigkeits Veranstaltungen, die er überall im Land organisierte. Man hatte ihm den Namen Charity Stanford gegeben und er tat alles, dem weiterhin gerecht zu werden. Er brachte große Spenden zusammen und doch konnte Samson nie anders als ihn mit Vorbehalten zu betrachten, wenn er ihn wieder einmal auf den bunten Seiten in der Hello sah. Er fand, dass Stanford ausgesprochen selbstgerecht reinblickte und auch seine Gäste. Jede Menge geliftete Gesichter erstarrt mit Botox, aufwendige Abendkleider, funkelnder Schmuck. Er trieb sich eine ganze Weile am Clubhaus und auf dem Parkplatz herum, dann wagte er schließlich den Weg hinunter zum Fluss. Unbehelligt erreichte er den Strand. Der Sand war nass und schwer und der Nebel hing in dunklen Wolken über dem Wasser. Sie liefen den Strand entlang, vorbei an den leeren, verschlossenen Badehütten mit ihren bunten Fassaden und den holzgeschnitzten Verzierungen an den Dächern. Keine Menschenseele begegnete ihnen. Samson hätte sich ohrfeigen können, weil er nicht daran gedacht hatte, irgendwo hier in der Gegend sein Auto zu parken, um sich darin gelegentlich aufzuwärmen. Er hatte sich vorgenommen, bis zum späten Nachmittag zu warten, ehe er Jess zurückbrachte. Jess Besitzerin musste völlig entnervt und verängstigt sein, umso größer würde ihre Dankbarkeit ausfallen. Nach einer Zeit, die ihm ewig vorkam, erreichten sie die Landspitze, an der die Thämsen im Nordsee überging. Samson kannte die Gegend. Gavin und er hatten ihr als Kinder oft gespielt. Gavin hatte seine Freunde angeschleppt, Samson hatte mitspielen dürfen, weil seine Mutter darauf bestand. Schon damals hatte Samson gelernt, was es bedeutet, unbeliebt zu sein, nicht akzeptiert zu werden. Sie hatten den Strand verlassen, den großen Parkplatz überquert und erreichten nun Gunners Park, ein riesiges Gelände, das trotz der vielen Wege, die es durchkreuzten, in seinem ursprünglichen Zustand belassen worden war. Er setzte sich auf eine Bank. Jazz kauerte sich zu seinen Füßen hin. Der Nebel umhüllte sie von allen Seiten, nahm ihnen die Sicht. Samson dachte an Gillian Ward. Eigentlich dachte er seit einiger Zeit nur noch an Gillian Ward. Und zwar in einer Weise, wie sich das gegenüber einer verheirateten Frau absolut nicht gehörte. Am Vortag war er um ihr Haus geschlichen. Er hatte ihre Freundin kommen und gehen sehen und dabei auch jeweils einen Blick auf Gillian selbst errscht. Inzwischen investierte er fast seine gesamte Zeit nur noch in Gillian. Ich würde mich nie um sie als Frau bemühen, sagte er zu Jazz. Denn sie ist verheiratet und hat ein Kind. Die Wards sind eine Bilderbuch Familie. Eine solche Familie darf man nicht zerstören. Jazz legte den Kopf schief in dem Bemühen zu verstehen, was Samson ihm mitteilen wollte. Samson war fast zu Tode erschrocken, als er Gillian am Freitagabend hatte ins Halfway Haus hineinkommen sehen. Wieso ging sie dorthin? Ohne ihre Familie? Und wer war der Mann, der sie begleitete? Samson kannte ihn nicht, hatte ihn nie zuvor in der Nähe der Familie Ward gesehen. Er konnte den Kerl auf den ersten Blick nicht ausstehen. Wobei er versuchte, seine Abneigung einigermaßen objektiv zu analysieren. War er einfach eifersüchtig? Oder ging der Neid mit ihm durch, denn dass es sich bei Gillians Begleiter um einen Mann handelte, der nur mit den Fingern schnippen musste, um jede Frau in sein Bett zu bekommen, die er wollte, war auf den allerersten Blick ersichtlich? Oder ging tatsächlich etwas von ihm aus, das Samson zu Recht argwöhnisch werden ließ? Etwas Unlauteres? Unsauberes? Etwas Unaufrichtiges? So hätte Samson den Mann bezeichnet, aber er wollte ihm nicht Unrecht tun. Er ging mit der Frau in ein Pub, mit der er gar zu gern selbst ausgegangen wäre. Zumindest in seiner Fantasie. Was die Realität anging, starb er tausend Tode, allein bei der Vorstellung. Also müsste er sich zunächst das Frauchen von Jazz vornehmen, mal sehen, ob etwas daraus wurde. Wenn es nur nicht so lange dauern würde, er schaute auf die Uhr, neun Uhr, am Morgen. Vor Einbruch der Dunkelheit wollte er bei ihr nicht aufkreuzen. Er Milly hatte um zwölf Uhr Dienstschluss und machte sich sofort auf den Heimweg. Sie blieb nie eine Sekunde länger in dem Fliegeheim, in dem sie arbeitete, als sie unbedingt musste. Sie konnte den Geruch dort kaum ertragen, den Anblick der alten, gebrechlichen Menschen, die unzusammenhängenden Sätze, das sinnlose Geplapper der Demenzkranken. Sie langen Gänge, das hässliche Linoleum auf dem Fußboden. Sie musste den Zug von Tilbury nach Fort Bay nehmen. Gavin und sie konnten sich nur ein Auto leisten und meistens fuhr Gavin damit, weil er sonst noch früher hätte aufstehen müssen, um pünktlich seine Frühschicht zu beginnen. Millie ärgerte sich zutiefst über die Tatsache, dass Samson ein eigenes Auto besaß und dies auch noch meistens herumstehen ließ. Sie fragte sich, welcher Teufel ihre verstorbene Schwiegermutter geritten hatte, dass sie ihren Wagen an den Versager vererbt hatte. Gavin hatte ihr erklärt, dass seine Mutter eine sehr innige Beziehung zu Samson gehabt, dass sie immer geglaubt hatte, ihn ganz besonders um Sorgen und beschützen zu müssen. Er war das Sorgenkind, stets allein, stets in sich zurückgezogen. Egal, was er anfing, es lief irgendwie nie richtig gut. Er war entolpert und total kontaktgestört, immer schon im Kindergarten. Als unsere Mutter starb, war es ihr quälendster Gedanke, was nun aus Samson werden sollte. Die Bahn brauchte mal wieder ewig und Millie musste den Gedanken daran, wie schnell sie mit einem Auto hätte zu Hause sein können, mit aller Gewalt zurückdrängen. Es war ein gutes Stück zu laufen vom Bahnhof aus. Millie zog die Schultern zusammen. Sie hatte die Frau, die ihr entgegenkam, nur unbewusst registriert, obwohl sie der einzige Mensch war, der sich außer ihr noch auf der Straße aufhielt, und so zuckte sie zusammen, als diese sie plötzlich ansprach. Entschuldigen Sie? Eine helle Stimme, ein wenig schrill, verzweifelt. Ja? Millie blieb stehen. Ich suche meinen Hund. Die Frau hatte weit aufgerissene Augen, wirre Haare. Sie wirkte aufgelöst. Jazz! Ein Schäferhund, Mischling! Ziemlich groß und langhaarig. Haben Sie ihn vielleicht gesehen? Millie mochte Hunde nicht besonders. Ich habe keinen Hund gesehen. Wenn mir was auffällt, kann ich mich ja bei Ihnen melden. Mrs. Miss Brown. Michelle Brown. Die junge Frau holte ein Stück Papier und einen Stift aus ihrer Manteltasche, kürzelte ein paar Zahlen darauf. Meine Telefonnummer, bitte wenn Sie... Er ist... alles für mich, wissen Sie? Sie verstaute den Zettel, nickte Michelle zu und setzte ihren Weg fort. Sie schloss die Haustür auf. Sie vermutete, dass ihr Schwager nicht daheim war. Seit einigen Monaten ging er früh und kam spät und im Grunde war ihr das nur recht. Aber zugleich stimmte es sie misstrauisch. Was zum Teufel tat er den ganzen Tag über? Sie glaubte ihm nicht, dass er Arbeit suchte, zumal dies nicht erforderlich gemacht hätte, sich von morgens bis abends außerhalb des Hauses aufzuhalten. Nach allem, was sie wusste, bedeutete Arbeitssuche vor allem, dass man sich die Finger an Bewerbungen wundschrieb. Sie schaute auf die Uhr, Viertel nach eins. In einer halben Stunde kam Gavin, dessen Schicht heute auch früh endete, zum Mittagessen. Kurz entschlossen stieg sie die Treppe hinauf. Sie hatte schon einige Male in Samson's Zimmer herumgeschnüffelt, wenn er nicht da war, und sie hatte ihr Gewissen damit beruhigt, dass sie sich sagte, er sei schließlich eindeutig verrückt, und es sei wichtig für Gavin und sie, ein paar nähere Informationen über ihn zu bekommen. Obwohl sie den Raum seit Jahren kannte, schüttelte sie missmutig den Kopf. Es war das Zimmer eines Teenagers, nicht das eines Mannes von Mitte dreißig. Das Zimmer war akribisch aufgeräumt, nirgends ein Staubkorn. Die Überdecke des Bettes lag Kante auf Kante. Sie schaute in die Regale, warf zwischendurch immer wieder einen prüfenden Blick aus dem Fenster. Sie öffnete die Tür des Kleiderschranks, der klassische Jugendzimmerschrank aus Helmholz, darin sauber gefaltet etliche Pullover, ein paar Hemden, Jeans, alles brav und solide. Was sie am meisten interessierte, war der Computer, der auf dem Schreibtisch stand. Samson hatte ihn sich gekauft, als er noch für den Limousineservice arbeitete und gar nicht so schlecht verdiente. Flachbildschirm, noch dazu ein ziemlich großer. Samson saß täglich Stunden an dem Computer. Es war Millie nie gelungen, herauszufinden, was er dabei genau tat. Sie wusste, dass es unmöglich war, was sie tat, aber sie beschwichtigte sich damit, dass es wichtig für Gavin und sie war, herauszufinden, womit sich Samson die Zeit vertrieb. Schließlich lebten sie mit ihm unter einem Dach. Man durfte nicht leichtsinnig sein. Vielleicht surfte er auf Internetseiten herum, die Kinderpornografie anboten. Sie und Gavin wollten irgendwann auch ein Kind haben. Es war ihre Pflicht, diese Gefahr abzuklären. Sie schaltete den Computer an, vernahm das leise Rauschen, mit dem er hochfuhr. Ein rascher Blick aus dem Fenster, immer noch keine Spur von Samson. Der Bildschirm wurde blau. Wie sie gefürchtet hatte, fragte ein geöffnetes Fenster nach einem Passwort. Klar, ganz blöd war er nicht. Millie überlegte hektisch. Die meisten Leute benutzten als Passwort die Namen von Personen, die ihnen nahestanden. Kinder, Ehepartner, Haustiere. Unglücklicherweise gab es in Samson's Leben nichts dergleichen. Sein einziger lebender Verwandter war sein Bruder. Probehalber gab sie Gavin ein, aber der Computer reagierte nicht. Meinen Namen wird er kaum verwendet haben, dachte sie. Verdammt, wen kennt er denn noch? Bei einer derart kontaktgestörten Persönlichkeit wie der ihres Schwagers war das eine ausgesprochen schwierige Frage. Auf der anderen Seite schränkte es auch die Zahl der möglichen Personen erheblich ein. Es gab da diesen Freund aus der Zeit des Limousineservice, mit dem er sich freitags manchmal in dem Pub am Fluss traf. Wie hieß er noch gleich? Bartek. Sie tippte Bartek ein, aber wieder geschah nichts. Fehlanzeige. Sie mochte jetzt nicht aufgeben, sie musste logisch vorgehen. Wenn er nicht ein Fantasiewort benutzte oder irgendeine Zahlenkombination, müsste es ihr möglich sein, hinter seine verflixte Absicherung zu kommen. Sie schaute sich im Zimmer um, als könnten ihr die weißen Wände, der saubere, graue Teppichboden irgendeinen Hinweis geben, der Kleiderschrank, gefüllt mit den Pullovern, die Mom gestrickt hatte, die Vorhänge am Fenster, die Mom genäht hatte, die Abenteuerbücher im Regal, die und die er nicht weg warf. Das war es, was das Zimmer erzählte, von der gewaltigen Liebe zwischen Samson und seiner Mutter, einer Liebe, die ihren Tod überdauert hatte. Der Vorname von Millys Schwiegermutter war Hannah. Sie tippte den Namen ein. Mit einer melodischen Tonfolge öffnete sich der Computer. »Was um Himmels Willen tust du denn da?« fragte eine Stimme hinter ihr. Millie fuhr herum. Gavin stand in der geöffneten Tür und sah sie entsetzt an. Sie schaltete sofort den Computer aus und stand auf. Da sie immer nach dem Grundsatz vorging, dass Angriff die beste Verteidigung ist, fuhr sie ihn an. »Musst du dich so anschleichen? Wie kannst du im Computer meines Bruders stöbern?« »Im Interesse unserer Sicherheit hielt ich es für notwendig.« »Sicherheit? Wieso Sicherheit? Samson tut doch keiner fliege was zu leide. Woher willst du das wissen? Hast du irgendeine Ahnung, womit er sich jeden Abend stundenlang in seinem Computer beschäftigt? Vielleicht lädt er sich Gewaltspiele runter? oder schaut sich Pornos an? Er ist ein erwachsener Mann. Er darf sich anschauen, was er will. Sie drängte sich an ihm vorbei zur Tür hinaus und ging die Treppe hinunter. Notgedrungen musste Gavin ihr folgen. Das sehe ich anders, erklärte sie. Er ist gestört und solche Menschen muss man im Auge behalten. Oder willst du, dass dein Bruder eines Tages als Amok-Läufer an einer Schule auftaucht? Oder was ähnliches? Warum sollte das denn tun? Sie waren in der Küche angelangt. Millie öffnete den Gefrierschrank, nahm eine Packung mit einem Fertiggericht heraus und knallte sie auf den Tisch. Bei den meisten Typen, die plötzlich durchdrehen und andere niedermetzeln, erklären die Verwandten hinterher erstaunt, dass man das dieser Person nie zugetraut hätte. Aber wenn dann ein bisschen nachgebohrt wird, dann stellt man fest, dass der Betreffende sich schon immer etwas eigenartig verhielt und hätten sich die anderen rechtzeitig gekümmert, wäre vieles nicht passiert. Aber Samson, es geht nur um etwas Vorsorge, sagte Millie, sonst nichts. Sie hätte sich ohrfeigen können, weil sie so blöd gewesen war, sich von Gavin erwischen zu lassen. Wenn er Samson etwas davon erzählte, würde dieser sofort sein Passwort ändern und diesmal würde er eines wählen, auf das sie beim besten Willen nicht käme. Allerdings wusste sie instinktiv, dass Gavin höchstwahrscheinlich die Klappe halten würde. Er war der konfliktscheueste Mensch, den sie kannte. Dienstag 8. Dezember 22.10 Uhr Sie ist nicht besser als andere Frauen. Kein bisschen. Michelle Brown. Sie ist arrogant, selbstbezogen, undankbar. Aus der Ferne sieht sie besser aus. Sie war ziemlich verheult und dadurch fleckig im Gesicht und ihre Schminke an den Augen war total verschmiert. Das ist überhaupt nicht mein Fall. Trotzdem gab es nicht den geringsten Grund für sie, mich dermaßen herablassen zu behandeln. Ich sitze jetzt hier, habe mir einen Wollschal um den Hals gewickelt und vor mir steht ein großer Becher mit heißem Zitronensaft und Honig. Ich spüre, dass ich eine Erkältung bekomme. Ich werde überhaupt nicht mehr warm in den Knochen. Das Abenteuer Michelle Brown werde ich allem Anschein nach mit einer Grippe bezahlen müssen. Ich war gegen halb sechs bei ihr. Um halb fünf hatte ich den Rückweg angetreten. Ich wünschte mir so sehr, Jillian wäre bei mir. Um halb sechs klingelte ich bei der Brown, nachdem ich mich mit meinen steifen Knochen den ganzen Strand entlang wieder zurück nach Fork Bay geschleppt hatte. Sie riss die Tür auf und stand mir direkt gegenüber. Sie sah Jess an, der wie wild mit dem Schwanz wedelte und dann lagen die beiden sich in den Armen. Das heißt, sie kauerte auf den Boden und er winselte und zappelte und leckte ihr verheultes Gesicht und um mich kümmerte sich erst einmal überhaupt niemand. Ich weiß nicht, was ich gehofft hatte. Ich glaube, in der letzten Nacht hatte ich mir manchmal ausgemalt, sie würde mich spontan umarmen. Stattdessen war sie gehemmt. Wo haben sie ihn denn gefunden? fragte sie. Ich war spazieren, ganz weit, Richtung Meer, fast schon Schuburiness. Da kam er plötzlich auf mich zu. Während ich sprach, spürte ich, wie die Röte langsam meinen Hals hinaufkroch. Ich hoffte, dass Michelle meine Verlegenheit nicht bemerkte. Sie schaute mich ganz ratlos an. Ich verstehe das nicht. Ich verstehe nicht, weshalb er weggelaufen ist, hat das noch nie getan. Vielleicht hat er irgendwo einen anderen Hund gerochen oder gesehen und ist ihm nachgelaufen, sagte ich. Wie gut, dass er ein Schild mit meiner Adresse und Telefonnummer und Telefonnummer am Halsband hat, sagte Michelle. Sonst hätten sie mich ja gar nicht so leicht ausfindig machen können, obwohl ich ihn sowohl bei der Polizei als auch im Tierheim bereits als vermisst gemeldet habe. Spätestens da hätten sie erfahren, wie mir gehört. Sie hatte keine Ahnung, wie gut ich sie schon kannte. Ihre Bemerkung tat mir weh. Seit einem guten halben Jahr gingen wir jeden Morgen in der Früh, wenn sie ihren Hund spazieren führte, in einigem Abstand aneinander vorbei und offensichtlich hatte sie mich überhaupt nicht wahrgenommen. Stattdessen hielt sie mich für einen wild Fremden. Es war so typisch. Frauen registrieren mich nicht. Ich bin ein Mann, an den sie keinen zweiten Blick und keinen anderen als höchstens einen spöttischen Gedanken verschwenden. Es ist so. Ja, also ich bin froh, dass ich ihn entdeckt habe und ihn zurückbringen konnte. Er ist ein sehr lieber Hund. Er ist für mich wie ein Baby. Ich war so kalt, so durchfroren und ich dachte, du könntest mich jetzt mal wirklich auf einen Kaffee rein bitten. Wir standen einander ziemlich verlegen gegenüber. Dann sagte Michelle, also nochmals vielen Dank, Mr. Siegel, Samson Siegel, Mr. Siegel, ich bin Michelle Brown. Ich bin unendlich erleichtert. Dann wünsche ich Ihnen beiden jetzt noch einen schönen Abend, sagte ich und wandte mich zum Gehen. Sie hielt mich nicht zurück. Sie rief mir ein weiteres Danke hinterher, als ich am Gartentor war. Und das war's. Als ich mich auf der Straße noch einmal zum Haus umdrehte, war die Tür schon geschlossen. Und ich stand da, frierend, hungrig, total erschöpft. Für nichts. Sie ist wie all die anderen, all diese verdammten Frauen, die dir als Mann zeigen, was du bist in ihren Augen. Stück Dreck, niemand. Ich glaube, ich hasse Michelle. Ich hasse jeden, der mir wehtut. Und Mittwoch, 9. Dezember. Auch die längste Nacht, dachte Anne, geht irgendwann zu Ende. Es war sechs Uhr morgens, als ihre Anspannung nachließ. Noch immer herrschte tiefschwarze Finsternis draußen, und es würde auch für die nächsten zwei Stunden noch so sein. Aber Anne war schon immer um sechs Uhr aufgestanden, an den Wochentagen, um in die Praxis zu gehen, an den Wochenenden, um ungestört zwei Stunden lang zu mahlen, ehe sie das Frühstück zubereitete. Die vergangene Nacht hatte Anne im Wohnzimmer verbracht. In eine warme Decke eingewickelt, hatte sie in kleinen Schlucken eine heiße Milch getrunken und versucht, ihre aufgewühlten Nerven zu beruhigen. Sie war am Vorabend gegen halb elf ins Bett gegangen, hatte noch eine halbe Stunde lang gelesen, und war dann rasch eingeschlafen. Aber irgendwann war sie hochgeschreckt und hatte noch für den Bruchteil eine Sekunde einen Lichtschein über die Wände ihres Schlafzimmers gleiten sehen und das Brummen eines Automotors gehört. Im nächsten Augenblick erstarb der Motor, verlosch das Licht. Irgendwo da draußen in der kalten Winternacht stand ein Auto, saß ein Mensch und ja, was? Was sollte jemand tun auf dieser Lichtung weit ab jeder menschlichen Siedlung? Sie lag mit Herzklopfen im Bett und hoffte, sie habe nur geträumt, aber sie wusste, dass es kein Traum gewesen war und auch keine Einbildung. Es war zu oft in der letzten Zeit geschehen. Sie musste anfangen, es ernst zu nehmen. Die Leuchtziffern auf ihrem Radiowecker neben dem Bett hatten ihr gezeigt, dass es fast halb eins war. Sie hatte sich schließlich aufgerafft und war ins Fenster getreten. Auch hier oben gab es Läden, aber die verschloss sie nie. Sie bewegte sich vorsichtig, um nicht gesehen zu werden, späte hinaus. Sie konnte nichts erkennen, kein Auto, keinen Menschen. Aber sie wusste, dass da jemand war, atmete, wartete. Für einen Moment hatte sie überlegt, die Polizei anzurufen. Ihre Hand hatte zweimal zum Telefonhörer gegriffen, war zweimal wieder zurückgezuckt. Sie fand, dass sich das alles wie Spinnereien einer schrulligen alten Frau anhörte. Sie hatte sich schließlich einen Jogginganzug angezogen und war nach unten gegangen. Im Erdgeschoss waren alle Läden fest verschlossen. Sie knipste alle Lichter an, schaltete den Fernseher ein. Stimmen! Jemanden hören! Sie machte sich die Milch heiß, wunderte sich, dass sie so heftig fruhr und wickelte sich in eine Wolldecke. Schlafen würde sie nicht mehr können in dieser Nacht, das war ihr klar. Sie war wach und schaute abwechselnd an die Wand und in den Fernseher. während da draußen jemand saß und vermutlich ihr Haus anstarrte. Und nun war es Morgen und der Albtraum verlor seine scharfen Konturen. Anne hatte vor, in die Stadt zu fahren und ein paar Weihnachtspäckchen für alte Freunde zur Post zu bringen. Sie war froh, dass sie nicht die Polizei angerufen und sich lächerlich gemacht hatte und sie war sogar froh, dass es diese endlose Nacht gegeben hatte, denn sie hatte zu einer Entscheidung geführt. Anne würde das Haus verkaufen und nach London zurückkehren, dorthin, wo sie fast ihr ganzes Leben verbracht hatte und wo die Menschen lebten, die sie noch von früher kannte. Sie hatte hin und her überlegt, in diesen Stunden, die nicht verstreichen wollten, den ganzen Schmerz noch einmal durchlebt, in den sie unmittelbar nach Schorns Tod gestürzt war. Sie hatte sich auch des Versprechens entsonnen, dass sie ihm und sich gegeben hatte, ich mache weiter mit deinem Traum, mit dem Haus, das du so geliebt hast, mit den Obstbäumen, und den verwunschenen Sommerabenden auf der Veranda und den schweigenden Nächten im Winter. Ich lebe das alles für dich mit. An diesem Morgen gab sie sich die Erlaubnis, ihr Versprechen zurückzuziehen. Sie hatte eines begriffen in dieser Nacht. Sie lebte tatsächlich Shorns Traum, aber der hatte mit ihr nichts zu tun, nichts mit ihren Wünschen, Sehnsüchten, Lebensvorstellungen. Zu zweit hatte das Leben in diesem Haus seinen Reiz gehabt. Für einen alleinstehenden Menschen konnte es zu einem Albtraum werden. Sie war müde, aber zugleich elektrisiert, freudig, erlöst. Sie ging in die Küche, schaltete die Kaffeemaschine ein, setzte ein Ei in den Eierkocher, nahm Toastbrot aus der Packung. Wenn sie in der Post gewesen war, würde sie einen Makler aufsuchen. Vielleicht konnte er sich schon in den nächsten Tagen alles hier ansehen. Und dann würde sie sich selbst in die Suche stürzen. Eine hübsche Drei-Zimmer-Wohnung mit einem großen Balkon, den sie bepflanzen konnte, abends die Lichter der Stadt um sie herum. Sie merkte, dass ihr fast die Tränen kamen bei dem Gedanken daran, und ihr ging auf, wie schwer es ihr in Wahrheit geworden war, die Isolation, in der sie lebte, zu ertragen. Jetzt, da sie diesen Gedanken zum ersten Mal zuließ, begriff sie, wie unglücklich sie gewesen war, wie sehr sie entgegen ihrer Träume gelebt hatte. Sie summte leise vor sich hin. Das Schönste war, sie hatte den festen Eindruck, dass Sean ihr wohlwollend zunickte. Und, fragte Peter Fielder, als Christy in sein Zimmer trat, es war noch früh am Morgen und in den Büros und auf den Fluren der Mett war noch nichts los. Peter kam gern vor Tau und Tag in das Präsidium. Christy McMurrow war ähnlich gelagert und wahrscheinlich, dachte Peter, machte sie diese Übereinstimmung in beruflichen Fragen zu einem so gut funktionierenden Team. Ich habe gestern mit zwei ehemaligen Kolleginnen von Carla Roberts gesprochen, die mit ihr in der Drogerie gearbeitet haben, berichtete Christy. Beide schildern Carla als eine nette, freundliche, allerdings auch äußerst zurückhaltende Frau. Hm, noch etwas? Ich bin das Adressbuch von Carla Roberts durchgegangen, aber es gibt kaum Einträge darin. Hauptsächlich sind die Kolleginnen aus der Drogerie notiert. Ich habe noch eine Bekannte von früher ausfindig gemacht aus der Zeit, als Carla noch verheiratet war. Eleanor Sullivan. Sie war mit den Roberts locker befreundet. Ich habe auch sie aufgesucht. Und wie reagierte dabei ihr Instinkt? Peter fragte das keineswegs spöttisch. Er hatte während der letzten Jahre gelernt, eine Menge auf Christys Instinkt zu geben. Was damit zusammenhängen mochte, dass er sie als Frau bewunderte und verehrte. Er schlug nicht wirklich in den hellsten Tönen an, musste Christy bedauernd zugeben. Er gar nicht. Mrs. Sullivan erinnert sich noch gut an Carla und beschreibt sie genauso wie jeder andere. Sie sagt, Carla habe ihres Wissens nie mit anderen Menschen Probleme gehabt. Sie formulierte es so, Carla sei viel zu still und zu unauffällig gewesen. als dass sie mit jemandem habe in Streit geraten können. Sie muss ein ausgesprochen bescheidener Mensch gewesen sein, der Konflikten aus dem Weg ging und wohl kaum jemanden je provozierte. Hm, machte Peter erneut. Es ist zum Verzweifeln. Sie besaß nicht einmal einen Computer. Es gibt keine E-Mail-Kontakte, keine Foren, keine Websites, die uns Aufschluss geben könnten. Wir tappen so jämmerlich im Dunkeln. Es muss etwas geben in ihrem Leben. Es muss etwas geben, das den Täter zu dieser Brutalität getrieben hat. Es ist eine Sache, ob man jemanden aus sicherer Entfernung einfach abknallt. Eine andere ist es, jemanden zu fesseln und ihm ein Tuch so tief in den Rachen zu stoßen, dass er erbrechen muss, es dann noch tiefer zu drücken und es auszuhalten, dass der andere in einem grauenhaften Todeskampf an seinem eigenen Erbrochenen erstickt. Es sei denn, ihre Ermordung hat überhaupt nichts mit ihr als Person zu tun, gab Christy zu bedenken, sondern hängt ausschließlich damit zusammen, dass sie in ihrer Einsamkeit ein passendes Opfer abgab. Für einen Mann, der grundsätzlich ein Problem mit Frauen hat. Immerhin war das gleich der erste Gedanke, der uns allen durch den Kopf schoss, als wir sahen, was man ihr angetan uns an ihr Leben halten, weil wir keine sonstigen Anhaltspunkte haben. Hat diese Mrs. Sullivan etwas über die Ehe der Roberts gesagt? Ja, es war wohl eine ziemlich normale Ehe, ohne Höhen und Tiefen. Carla fiel aus allen Wolken, als sie von dem finanziellen Desaster erfuhr und von der Tatsache, dass sie jahrelang betrogen hatte. Ist ihr Mann ihr gegenüber jemals gewalttätig gewesen? Nein, es muss auf eine etwas langweilige, unspektakuläre Art durchaus eine glückliche Ehe gewesen sein. Die Scheidung ging laut Eleanor Sullivan glatt über die Bühne. Finanziell ausgenommen hat sie ihn dabei nicht. Es war ja auch absolut nichts mehr zu holen. Außerdem verschwand er dann sehr schnell auf Nimmerwiedersehen. Fielder hatte das deutliche Gefühl, dass sie ihre Zeit verschwendeten, wenn sie dem verschollenen Ex-Ehemann hinterher spürten. Er glaubte nicht, dass dieser etwas mit dem Mord an Carla zu tun hatte. Was ist mit der Eingangstür des Hochhauses? Unser Techniker sagt, sie wurde eindeutig manipuliert. Die Feder, die dafür sorgt, dass die Tür automatisch wieder zufällt, wurde wohl mit einer Zange aus ihrer Verankerung gezogen. Damit konnte jeder kommen und gehen, wann er wollte, ohne einen Schlüssel zu besitzen. Könnte der Mörder gewesen sein. Ja, muss aber nicht. Der Hausmeister sagt, sie haben immer mal wieder mit Vandalismus zu tun. Peter Fielder rieb sich die müden Augen. Er hätte jetzt irgendetwas gebraucht. Einen winzig kleinen roten Faden, der aus dem Nebel dieses undurchsichtigen Falles hervorblitzte. Christy bemerkte seine Niedergeschlagenheit. Hey, Chef, bist du traurig? Bald ist Weihnachten. Ja, bald ist Weihnachten. Aber da draußen läuft ein Irre herum. Darin ändert auch Weihnachten nichts. Meinen Sie, er tut es wieder? Möglich. Unter Umständen hat er ein Problem, das allein mit Carla Roberts Ermordung noch nicht gelöst ist. Ein Typ, der Frauen hasst und einfach auf günstige Gelegenheiten lauert, seinen Hass auszuleben. Das würde die Theorie des Zufalls Opfers stärken. Fiel da stand auf, entschlossen sich von seiner Erschöpfung und seiner deprimierten Stimmung nicht niederringen zu lassen. Nein, ich denke, der Mörder kannte Carla Roberts, wusste ganz gut über sie Bescheid. Und deswegen müssen wir ihr Leben auseinander nehmen. Wahrscheinlich müssen wir an Stellen suchen, die sich uns keines Weges als erstes aufdrängen. Und wir sollten uns dabei klar machen, dass wir vielleicht nicht viel Zeit haben. Christy schwieg. Sie wusste, er dachte an das nächste Opfer. Im Halfway-House war es nicht so voll wie am Freitag zuvor. Dennoch herrschte ein reges Stimmengewirr und an der Bar stand eine Traube von Menschen. Noch in der Tür stehend vergewisserte sich Jillian, dass der Typ aus ihrer Straße, Samson Siegel, diesmal nicht anwesend war, sonst hätte sie auf dem Absatz kehrt gemacht. John Burton kam auf sie zu, als sie schon glaubte, ihr Mut werde sie verlassen. Sie hatte fast gehofft, er sei bereits wieder gegangen, denn sie war beinahe eine Dreiviertelstunde zu spät. Es schmeichelte ihr, dass er gewartet hatte, aber zugleich zog sich ihr Magen nervös zusammen. Schön, dass sie gekommen sind, sagte er. Er nahm ihr den Mantel ab und legte seine Hand auf ihren Arm, während er sie zu einem kleinen Ecktischchen führte, auf dem eine Karaffe mit Wein und zwei Gläser standen. Ich hoffe, der Tisch hier ist in Ordnung? Ja, natürlich. Es tut mir leid, dass ich so spät bin. Wir lassen Becky abends noch nicht allein, und deshalb musste ich warten, bis mein Mann nach Hause kam. In Wahrheit war Tom recht früh an diesem Tag zu Hause gewesen, aber sie hatte gezögert und gezaudert und sich dabei immer wieder gefragt, weshalb sie sich eigentlich so unsicher fühlte. John Burton war der Handballtrainer ihrer Tochter. Er hatte sie auf ein Glas Wein eingeladen, nicht zu sich nach Hause, sondern in ein öffentliches Pub. Es war nichts dabei. Tara, mit der sie während der Mittagspause telefoniert hatte, um ihr Alibi abzusichern, brachte die Angelegenheit allerdings auf den Punkt. Wenn überhaupt nichts dabei ist, warum sagst du dann deinem Mann nicht einfach die Wahrheit? Tom könnte auf falsche Gedanken kommen. Welche Gedanken hast du denn? Tara hatte gelacht. Hör mal, Schatz, du musst dich vor mir kein bisschen rechtfertigen und du kannst mich gern bei Tom vorschieben. Ich habe auch keinerlei Probleme damit, wenn du gleich heute Abend mit diesem aufregenden Traummann ins Bett gehst. Nur erwarte dir davon nicht die Lösung deiner Probleme von einer Affäre. Es könnte ein schöner Kick sein. Mir nicht. Ich gehe doch nicht mit ihm ins Bett. Sie war schließlich doch losgezogen. Sie wollte nicht als Feigling dastehen. Sie hatte sich für Jeans und Pullover entschieden, die Haare sorgfältig gebürstet und etwas Lippenstift aufgelegt, aber ansonsten blieb sie ungeschminkt. Als sie saßen, schenkte John den Rotwein aus. Sie haben hier erstaunlich guten Wein und wenn sie Hunger haben, könnten wir nein danke, ich möchte nur was trinken. Sie nahm einen Schluck. Der Wein schmeckte ihr, vor allem aber hatte er eine entspannende Wirkung auf ihre Nerven. Sie fühlte sich gleich ein wenig gelassener. Wie geht's mit Becky, erkundigte sich John. Nichts Neues, sie kommt mit mir im Moment einfach nicht besonders gut zurecht. Ich glaube, dass viele Mädchen das in bestimmten Lebensphasen haben, eine sehr starke Vaterbeziehung. Die Mutter stört dann. Aber das ändert sich wieder. Auf einmal sind sie ihre Ängste Vertraute und der Vater weiß überhaupt nicht mehr, was eigentlich vor sich geht. Er stößt dann irgendwann morgens im Bad auf den Jungen, der gerade bei seiner Tochter übernachtet hat und fragt sich, was ihm wohl sonst noch alles entgangen ist. Jillian wechselte das Thema. Offiziell bin ich übrigens gerade mit meiner Freundin Tara zusammen. Ich habe meinem Mann gesagt, dass ich mich mit ihr treffe. Sie haben ihn angeschwindelt. Ja. Sie sehen nicht so aus, als ob sie das oft tun. Jillian nahm rasch noch einen Schluck Rotwein und fragte sich, wieso sie sich so weit vorgewagt hatte. Nein, natürlich nicht, aber ich wollte einfach keine Probleme. Er hätte etwas dagegen gehabt, dass sie sich mit mir treffen, das ist klar. Hätten sie an seiner Stelle nichts dagegen? Ich bin nicht verheiratet, absichtlich nicht, um mich mit solchen Schwierigkeiten gar nicht erst abgeben zu müssen. Eine Weile sagte keiner von ihnen etwas, und schließlich fragte Jillian, weshalb wollten sie mich treffen? Ich meine, unsere letzte Begegnung kann nicht besonders anregend für sie gewesen sein. Wieso nicht? Im Wesentlichen habe ich ihnen was vorgeheult und ihnen ein paar gewöhnliche und banale Sorgen geschildert. Nicht gerade aufregend. Er sah sie nachdenklich an. Ich habe sie nicht als eine Frau mit banalen Sorgen empfunden. Als was dann? Als eine sehr attraktive Frau, die ein paar Probleme hat. Und wer hat die nicht? Ich hatte am Ende den Eindruck, dass sie verärgert waren. Ich war nicht verärgert, abweisend vielleicht. Sie haben ein Thema angesprochen, über das ich nicht reden wollte. Ihr Ausscheiden aus dem Polizeidienst. Richtig. Diesmal war Jillian klug genug, nicht zu insistieren. Sie haben meine Frage noch nicht beantwortet. Weshalb dieses Treffen heute? Er lächelte. Doch eigentlich habe ich geantwortet. ich habe gerade gesagt, dass sie eine sehr attraktive Frau sind. Das ist der Grund? Um ehrlich zu sein, ja. Seine Direktheit hatte etwas Entwaffnendes. Jillian musste lachen. Ich bin verheiratet. Ich weiß. Und wohin soll das alles führen? Das entscheiden sie, schließlich sind sie diejenige, die verheiratet ist. Sie haben eine Familie. Sie müssen einen Besuch bei ihrer Freundin vortäuschen, wenn sie mich treffen wollen. Sie müssen wissen, wie weit sie gehen möchten. Vielleicht will ich jetzt bloß meinen Wein zu Ende trinken und dann nach Hause gehen. Vielleicht, sagte John und lächelte wieder. Sein Lächeln wirkte von oben herab. und er schien nicht zu glauben, dass sie das wirklich tun würde, nach Hause gehen. Sie merkte, dass sie ärgerlich wurde. John Burton wirkte auf einmal ausgesprochen routiniert und vermittelte ihr das Gefühl, manipuliert zu werden. Wahrscheinlich gab es tatsächlich keine beständige Partnerin in seinem Leben. Und es war auch nicht das, was er anstrebte. Er verführte, was ihm gefiel und was ihm über den Weg lief. lebte kurze Affären und wandte sich dann dem nächsten Objekt seiner Begierde zu. Jillian trank den letzten Schluck in ihrem Glas und wehrte ab, als John nach der Karaffe griff. Für mich nichts mehr danke. Es war nett mit Ihnen, John. Ich denke, ich fahre jetzt nach Hause. Er wirkte überrascht. Jetzt schon? Sie stand auf. Ja, ich habe mich entschieden, wissen Sie? Er erhob sich ebenfalls, aber sie lief bereits zur Garderobe, schnappte sich ihren Mantel und war durch die Tür, noch ehe sie ihn angezogen hatte. Jillian genoss die Kühle und die Stille. Ihr fiel plötzlich ein riesiges Gewicht von der Seele. Was hatte sie sich bloß gedacht, als sie beschloss, hierher zu kommen? Sie hatte ihr Auto, das an der Straße parkte, fast erreicht, als John Burton hinter ihr auftauchte. Nun warten Sie doch, meine Güte, haben Sie mir lag ja auch nicht daran, auf sie zu warten, sagte Jillian und öffnete mit der Fernbedienung ihre Wagentüren. Sie wollte einsteigen, aber John hielt sie am Arm fest. Was habe ich falsch gemacht? Im Prinzip wahrscheinlich gar nichts, erklärte Jillian, nur ich will einfach nicht. Was wollen sie nicht? Mit mir etwas trinken, mit mir reden? ich will meinen Mann und meine Tochter nicht belügen. Ich will mich in nichts verstricken, was das notwendig machen würde. Sie haben Ihren Mann heute bereits belogen. Schlimm genug? Ich muss es ja nicht wiederholen. Warten Sie, bitte. Steigen Sie jetzt nicht einfach ein und fahren davon. Es tut mir leid, wenn ich gerade eben ein ziemlich blasiertes und dummes Verhalten an den Tag gelegt habe. Ich wollte als der große Verführer auftreten und wahrscheinlich hat sie genau das verärgert und ich kann das verstehen. Tut mir leid. Mehr kann ich nicht sagen. Wirklich tut mir leid. Es ist schon in Ordnung, nur Sie geben mir keine zweite Chance. John, verstehen Sie doch, können wir uns nicht kurz in ihr Auto setzen, fragt er. Okay, willigte Jillian ein. Sie setzte sich hinter das Steuer, John rutschte auf den Beifahrersitz. Sie faszinieren mich und ich möchte sie wiedersehen. Ich weiß, die Umstände sind äußerst ungünstig. Trotzdem, ich kann sie mir nicht einfach aus dem Kopf schlagen. Es gibt bestimmt genügend Frauen, mit denen sie sich trösten können. Er sah ihr direkt in die Augen. Sein Gesichtsausdruck wirkte sehr ernsthaft und aufrichtig. Nein, die gibt es nicht. Unter den Müttern im Club gelten sie als pausenloser Verführer. Na, großartig. Aber es stimmt nicht. Das Ende meiner letzten Beziehung liegt über ein Jahr zurück. In der Zwischenzeit habe ich wie ein Mönch gelebt. Dafür legen sie ein ziemlich geübtes Verhalten an den Tag, wenn es darum geht, eine Frau für sich zu gewinnen. Wäre ich wirklich geübt, hätte ich rechtzeitig gemerkt, dass ich bei ihnen mit meinem Verhalten völlig auf dem Holzweg bin. Ich habe mich entschuldigt, Jillian. Ich wollte einfach besonders cool rüberkommen, es war idiotisch. Sie versuchen sehr geheimnisvoll zu wirken. Was wollen sie wissen, ich erzähle es ihnen. Er sah sie fast flehentlich an. Ich möchte nichts vor ihnen verbergen, Jillian. Weshalb sind sie aus dem Polizeidienst ausgeschieden? Er schien förmlich in sich zusammenzufallen. Er hob beide Hände eine Geste der Hilflosigkeit. Oh Gott, in dieser Frage lassen sie nicht locker, oder? Es interessiert mich eben, sagte Jillian. In Ordnung, obwohl sie mich wahrscheinlich jetzt gleich aus dem Auto werfen, wenn ich sie ihnen sage, und ihre Tochter im Club abmelden. Klingt nicht gut. Nein, vor acht Jahren bekam ich eine Anzeige wegen sexueller Nötigung. Die junge Frau war Praktikantin bei mir. Die Staatsanwaltschaft hat das Verfahren mangels Beweisen eingestellt. Es kam nicht zur Anklageerhebung. Dennoch konnte ich danach nicht bleiben. Es ging einfach nicht mehr. Zufrieden? Sie sah ihn erschrocken an. Als sie daheim in die Garageneinfahrt bog, bewegte sich ein Schatten auf dem Weg, der zur Haustür führte. Tom, ich habe dein Auto gehört und da dachte ich, sie schloss den Wagen ab. Was dachtest du? Ich dachte, ich gehe dir einfach entgegen, sagte er und lächelte. Toms Fürsorge rührte Jillian. Sie hatte oft den Eindruck, er sei eher mit ihrer beider Firma verheiratet als mit ihr und in zweiter Linie mit seinem Tennis Club. Aber es gab Augenblicke, da spürte sie die Wärme, die es vor Jahren zwischen ihnen gegeben hatte und die verborgen und vom Alltag überlagert noch immer da war. Gerade heute Abend hätte sie allerdings lieber darauf verzichtet. Sie spürte, dass Tom sie von der Seite musterte. Was sieht er? fragte sie sich beklommen. Was denkt er? Tom gingen ähnliche Gedanken durch den Kopf. Er sah Jillian mit ihren langen immer etwas chaotischen Haaren und dem feinen Profil. Er sah die Frau, die er seit über 20 Jahren kannte, die er als Student kennengelernt hatte und ohne die er sich schon nach kürzester Zeit sein Leben nicht mehr hätte vorstellen können. Er hatte sie lange nicht mehr so intensiv wahrgenommen wie an diesem Abend. Es war eine plötzliche Unruhe gewesen, die ihn hinaus getrieben hatte, die ihn dazu gebracht hatte, das warme Wohnzimmer zu verlassen und sich in die Kälte zu stellen, als er meinte, in der Ferne den Motor ihres Wagens zu vernehmen. Besorgt fragte er sich nun, worin der Grund für seine Unruhe bestand. Und wie war es mit Tara? fragte er, als Ja, wieso? Du riechst danach. Übrigens bist du ganz schön früh zurück. Sie war nach ihrem überstürzten Abschied von John Burton auf einen Parkplatz in der Nähe von Beckys Schule gefahren und hatte dort eine ganze Weile gewartet, um nicht allzu rasch nach ihrem Aufbruch wieder daheim aufzukreuzen. Ein Moment war sie versucht gewesen, tatsächlich noch zu Tara zu fahren und die verstörenden Neuigkeiten mit ihr zu diskutieren, obwohl sie dafür bis nach London hineingemusst hätte. Aber sie hatte sich klar gemacht, dass die Freundin dafür der falsche Gesprächspartner war. John Burton wäre für alle Zeiten bei ihr erledigt gewesen und sie hätte keine Ruhe gegeben, ehe Jillian nicht Becky im Handballclub abgemeldet hätte. Sie war Juristin. Die Tatsache, dass das Verfahren gegen John eingestellt und keine Anklage erhoben worden war, hätte sie vermutlich wenig beeindruckt. Dafür kannte sie die Situation mangels beweisen nur zu gut. Irgendwann war es Jillian auf dem Parkplatz zu kalt geworden und sie hatte den Heimweg angetreten, aber für einen Abend mit Tara war sie noch immer ungewöhnlich zeitig zurück. Tara hatte noch einen Termin, erklärte sie nun rasch auf Toms Bemerkung hin. Du weißt ja, im Prinzip hat sie eigentlich nie wirklich Zeit. Ich verstehe, sagte Tom. Er betrachtete Jillian im hellen Licht des Eingangsflures. Du wirkst so angespannt. Ist alles in Ordnung? Natürlich, aber naja, Taras berufliche Geschichten gehen einem manchmal ein bisschen an die Nieren. Ich verstehe auch nicht, weshalb du dich ausgerechnet mit, setzte Tom an, aber sie unterbrach ihn, ehe er sich wieder auf ihre Freundschaft mit Tara einschießen konnte. Becky schläft schon? Sie ist vor 20 Minuten ins Bett gegangen und als ich eben nach ihr gesehen habe, schlief sie bereits. Es gab keinerlei Probleme mit ihr. Klar, die gab es nie zwischen ihm und Becky. Die Probleme schienen alle für Jillian reserviert zu sein. Wir haben Pizza bestellt, fuhr Tom fort und sie dann vor dem Fernseher gegessen. Du weißt ja, wie sie das liebt. Direkt aus der Pappschachtel und auf dem Fußboden sitzend. Ich kann das nur nicht jeden Abend machen, sagte Jillian. Sie muss auch gesunde Dinge essen und gelegentlich Messer und Garten